Ja, dann willkommen zur dreißigsten und damit letzten Vorlesung GAM-Mogik. Der Plan ist, diverse Kleinigkeiten noch aufzugreifen, die während der anderen 29-Vorlesung keine Zeit hatten. Kleinigkeiten ist ein bisschen übertrieben gesagt, weil zu jedem dieser Sachen könnte man halt jeweils einen Vorlesungszyklus halten oder so. Aber ich will euch zumindest einen groben Überblick geben. Die einzelnen Sachen sind umarmende Typologie, das war ein Motto, das wir letztes Mal kennengelernt haben, das wir jetzt noch besser kennenlernen wollen. Dann Ide-Potenz, das ist, wenn man die interne Sprache wendet, um die interne Sprache zu gehen. Untertaufrei, die Unteröffentlichkeiten, dann Olivias Rückenbauprogramm, nach diesem wunderschönen Buch von Olivia Caramello. Und effektiver Toppost, ganz kurz, Unabhängigkeit von der Continu-Psychothese, ihr wisst ja, dass man die weder zeigen kann, noch widerlegen kann. Aber warum eigentlich, können wir kurz versuchen zu machen. Und zum Schluss will ich zeigen, dass die Personen, die liegen im Gödel, einem dieselben Personen sind. Also, von gleichem mal an mit der ersten Sache. Wir schauen mal, wie das sogenannte Zeit läuft und können gerne Sachen vorziehen oder nach hinten schieben, je nachdem wie ihr wollt. Aber eine Anthropologie ist, glaube ich, cool. Wird jetzt auch nicht ganz so strukturiert, weil wir halt sieben Themen durchkriegen müssen und ich euch jeweils immer nur so den Einblick zeigen will. Ich hätte Bock, kurz noch mal den Hauptsatz der Galois-Theorie hinzuschreiben. Den nennt man immer algebra 2-Vorlesung oder 1 oder sowas. Also, das ist nämlich drückt, sei L über K eine endliche galoische Körpererweiterung, sei G die Menge der Automorphismen von L als Körper über K. Das ist zunächst eine Menge. Und dann tun wir da noch die Gruppenstruktur drauf, die sich durch Verkriegelungen ergibt. Und dann gibt es die kanonische 1 zu 1-zuordnung. Einerseits haben wir Untergruppen von G und andererseits haben wir Zwischenerweiterungen von L über K. Und ihr erinnert euch auch, wie die Chors-Mandels aussah, nämlich so Untergruppe H wird geschickt auf den Fixkörper L über H. Also die Elemente aus L, die fix sind, unter allen Siegmas aus H. Und unikärt, so mit Zwischenerweiterung E, wird geschickt auf die Y-Gamma-Gruppen von L über E. So weit, so gut. Ja, das ist ganz normal Hauptsatz der Galois-Theorie. Da hat er noch einen Zusatz und so, aber wir werden es damit gelassen. So, jetzt kann man sich fragen, stimmt der Satz immer noch, wenn das Wort endlich hier fehlt? Also wie steht es um unendliche Erweiterungen? Und da kommt dann raus, nein, der Satz stimmt dann nicht mehr. Man kann zwar immer noch diese Zuordnung hinschreiben, aber das wird keine objektive Zuordnung mehr sein. Und man muss stattdessen den Satz ein kleines bisschen modifizieren, sodass er immer noch stimmt. Das ist dann Formulierung 2. Sei L über K eine galoische Körperweiterung, nicht unbedingt endlich. Sei G zunächst wieder die Menge der Automorphismen. Verhandeln wir die Gruppenstruktur drauf. Wie eben auch, aber dann noch was. Nämlich, was man braucht, um den Satz zu retten, ist eine Tubologie auf G, die dann G zu einer pro-endlichen Gruppe macht. Nämlich die sogenannte Krull-Tubologie. So. Und dann gibt es wieder eine ökonomische 1-3-Infektion. Nämlich zwischen den abgeschlossenen Untergruppen von G, abgeschlossen bezüglich der Krull-Tubologie. E und den Zwischenabreiterung. Gut. Und die Zuordnung selbst sieht auch genau gleich aus. Eine abgeschlossene Untergruppe H wird geschickt auf L über H. Und eine Zwischenabreiterung E wird geschickt auf G von L über E. Und die Untergruppen, die hier rauskommen, die sind halt automatisch abgeschlossen. Was man auch recht leicht nachgucken kann, wenn ich euch die Definition der Krull-Tubologie jetzt angegeben hätte. Und dadurch, dass man das so leicht nachgucken kann, sieht man dann auch ganz am Anfang der Theorie schon, dass die Korrespondenz nicht sein kann, wenn man hier das Wort abgeschlossen weglassen würde. So. Jedenfalls sind das zwei klassische Theoreme. Sie stimmen in klassischer Logik. Und bevor wir jetzt dran gehen, um zu schauen, was da jetzt konstruktiv passiert, will ich noch auf eine Sache hinweisen. Nämlich ich will auf einen Aspekt von dem Beweis hinweisen, was man hier machen muss. Also wenn man nachweisen möchte, dass das alles stimmt. Nämlich man muss irgendwann mal nachweisen, dass so eine Zwischenabreiterung E gegeben ist durch L hoch egal LE. Ja, wenn man nämlich zeigt, wenn man zeigen möchte, dass wenn man rechts startet, nach links geht und dann wieder nach rechts, dass dieselbe Zwischenabreiterung rauskommt. Da muss man das nachweisen. Okay, und das sind zwei Mengen, also zwei Inklusionen. Und die eine davon ist völlig klar. Die da nämlich. Die drückt nämlich gerade aus, dass jedes Element aus E invariant ist, unter all solchen Sigmas, die alle Elemente aus E invariant lassen. Da kann dann das Element aus E, was wir genommen haben, gar nichts für sozusagen. Sondern das liegt halt an dem Sigmas, mit dem wir es bearbeiten. Also das ist eine triviale Aussage, das gilt ganz ohne Voraussetzung, muss nicht galoach sein und konstruktiv alles. Schwierig ist diese Inklusion. Und da will ich nochmal ganz kurz andeuten, wie das funktioniert. Und dann nutze ich halt den x aus der rechten Nr. Das ist ein x aus L hoch egal LE. Ich glaube, wir wollen zeigen, dass es ein E ist. Angenommen nicht. Dann konstruiere eine Abbildung Sigma. von L nach L über K. Durch Fortsetzung von einer gewissen Folgenabbildung. Also zum einen auch von E nach E können wir diese betreten. Und jetzt lass schon ein Stückchen weit vorgesetzt. Ich schreibe das nochmal neu platt. Wir nehmen E und abbildieren x ran. Gut. Und die Sachen, die aus E stammten, die schicken wir einfach auf sich selbst. Und das eine x hier, das schicken wir auf irgendeine andere Nullstelle vom Minimalbidum von x. Aber nicht x selbst. Irgendeine Nullstelle des Minimalbidum von x über e. Jetzt werde ich nicht x. Und was haben wir dann? Das Sigma, was wir so bekommen, das ist auf E die Identität. So haben wir es ja gemacht. Also es ist ein Element aus Gal von L über e. Also, weil ja das x festgehalten wird von allen Elementen aus dieser Gruppe. Und das Sigma ist jetzt ein Element von dieser Gruppe. Ist Sigma von x wieder gleich x. Aber andererseits ist es ja nicht gleich x. Denn wir wissen, was Sigma von x ist. Das haben wir nämlich hier definiert. Wir haben uns irgendeine Nullstelle genommen vom Minimalbidum, die nicht gerade x ist. Und das ist dann unser Widerspruch. Ah, so ganz grob geht das. Und da muss man natürlich noch andere Inklusionen zeigen usw. fort. Aber das ist einer der wichtigsten Schritte. So, und da gehen jetzt ein paar Voraussetzungen ein. Zum einen gehen Algebraischen Voraussetzungen ein. Zum Beispiel hier habe ich gebraucht, dass das Mipo noch eine andere Nullstelle hat. Wenn x jetzt die einzige Nullstelle wäre, vielleicht p mal vorkommt, aber sonst die einzige, dann gibt es keine andere Nullstelle. Das erklärt, warum ich Separabilität brauche. Und dann brauche ich auch Normalität, weil sonst laufe ich eventuell aus der Zielmenge raus. Das sind die Algebraischen Voraussetzungen, die eingehen. Und es ist auch völlig legitim, dass die eingehen. Das macht die Sache aus. Aber es gehen halt auch logische Voraussetzungen ein. Einmal hier Widerspruchsbeweis. Und dann hier diese Fortsetzung. Also wenn man das alles nicht so ruhig gemacht, könnte ich noch erklären können, wie man die Abbildung von e von x nach e von x wirklich hinschreiben kann. Aber wenn ich die jetzt auf L fortsetzen will, dann verwende ich sonst laufe. Ich betrachte die Partialordnung von allen partiellen Fortsetzungen auf immer größere Zwischenerweiterungen. Und dann zeige ich, dass die maximale Element hat mit dem sonst laufe. Und dann zeige ich, dass diese maximale Fortsetzung schon auf ganz L definiert ist. Weil angenommen nicht, dann könnte ich sie doch noch ein bisschen weiter vorsetzen. Und dann wäre das im Widerspruch. Gut. Und anhand eben von dieser ganz hohen Beweissritze erkennt ihr, dass sich Theorie 2 ganz sicherlich nicht konstruktiv bereiten lässt. Nicht in der Form, wie es jetzt hier präsentiert wird. Weil wir wirklich Widerspruch brauchen. Und dann vor allem sogar eine Fortsetzung. Das Widerspruch könnte man vielleicht wegbekommen, wenn man sich konzentriert und so. Aber Fortsetzung ist das schon schwierig. Gut. Jetzt ist der Hauptsatz der Galotivi aber trotzdem ein schöner und wichtiger Satz. Daher wäre es schön, wenn wir den retten könnten. Und vielleicht sollten wir anfangen bei der ähnlichen Version, wie man die rettet. Es kommt dann gleich eine schöne Überraschung, aber lasst uns das langsam machen. Manche von euch waren vielleicht bei Mark in der Algebra. Mark hat die Algebra konstruktiv gelesen und hat trotzdem den Hauptsatz gemacht. Dann ist das jetzt irgendwie komisch. Dann passt das gerade nicht damit zusammen, dass ich sage, dass dieser Satz hier nicht konstruktiv stimmt. Weiß jemand, der bei Mark damals war, was die zusätzlichen Artikeln waren, die man hier einstreuen muss, damit das konstruktiv korrekt wird? Zwei Endlichkeitsbedingungen. Also wenn man möchte, dass eins konstruktiv gilt, dann kann man nicht die Bejektion zwischen diesen Sachen kombinieren, sondern nur zwischen den Endlichen Untergruppen von G und den Endlichen Zwischenerreifungen von L zu A. Klassisch sind diese Adjektiven natürlich redundant. Weil wenn G eine endliche Gruppe war, was hier rauskommt, weil das eine endliche Galors Erweiterung war, dann werden natürlich alle Untergruppen endlich davon wieder. Aber konstruktiv kann man nicht zeigen, dass Teilmengen von endlichen Mengen wieder endlich sind. Zumindest nicht mit der Definition, die man hierfür braucht und die ich vielleicht anschreibe. Daher ist das konstruktiv wirklich eine Einschränkung. Und mit dieser Einschränkung dann wieder kann man es zeigen und dann geht auch mehr oder weniger der bekannte Beweis durch. Also das müssen wir machen, um Theorem 1 konstruktiv zu retten. Endlich heißt dabei folgendes. Eine Menge M ist endlich. Genau dann, wenn M in Bejektion steht, zu einer Menge der Form 1, 2 und so weiter N für eine nervöse Zahlung. N gleich 0 ist natürlich zugelassen, so kriegen wir die leere Menge. War das D-D-Kind endlich? Ja, ich glaube, das ist D-D-Kind endlich. Und es gäbe halt den gegenübergestellt noch Kuratowski endlich. Kuratowski endlich würde nur sagen, dass es eine Direktion geben soll von der rechten Menge in die linke. Das würde also heißen, dass man eine vollständige Auflistung der Elemente hat. x1, x2 bis xn. Aber dass man eventuell noch nicht weiß, welche von den Elementen gleich sind und welche ungleich sind. Dagegen, wenn man wirklich eine Direktion hat, das heißt Direktion in diesem Kontext zu dieser Menge, dann ist automatisch die Menge M auch diskret. Das heißt, dann weiß man für je zwei Elemente, ob sie gleisen oder nicht. Denn um das zu testen, können wir die Direktion verwenden, um nach hinten zu gehen. Dort sind es nur natürliche Zahlen und von denen wissen wir, dass je zwei gleisen, worum gleisen. Also das ist eine sehr, sehr starke Endlichkeitsbedingung. Und wenn wir die halt nehmen, dann geht der Satz durch. Es ist nur ein bisschen unzufriedenstellend. Weil das eben gerade so eine wahnsinnig starke Endlichkeitsbedingung ist. Es gibt noch, also potenziell gibt es noch viele weitere Untergruppen von D, die nicht endlich sind. Auf die wir vielleicht aber trotzdem irgendwie den Hauptsatz anwenden wollen. Also das ist eine Möglichkeit, es zu konstruktivieren, aber es ist noch nicht irgendwie die Allerschönste. Oder die Allgemeinste, sagen wir so. Und jetzt fänden wir uns der Variante 2 hier zu. Da habt ihr ja schon gesehen, was das Problem war, nämlich wir mussten irgendwelche Sigma's konstruieren. Was waren die Sigma's? Das waren die Punkte von dieser Galloer-Gruppe. Und ihr kennt den Stand- und Ausweg, wenn der Beweis eigentlich schön ist, aber man musste Punkte konstruieren an irgendeiner Stelle. Man geht natürlich zu Örtlichkeiten über. Und das ist die Variante 3, die ich möchte jetzt schreiben. Also eine konstruktive Variante. Klassisch genauso gut, also Equivalent zu Variante 2, aber jetzt auch konstruktiv beweisbar. Und der springende Punkt ist das, was ich jetzt gleich hinschreiben werde. Das ist gleichzeitig eine schöne Verallgemeinung von erstens. Man kriegt dann aus einem Aufwasch, kriegt man die endliche, also kriegt man ein konstruktives Resultat für endliche Erweiterung und auch für unendliche oder beliebige unbekannte Erweiterung. Also sei etwa eine galoische Körperweiterung. Mit Körper meine ich hier immer geometrischer Körper. Ein Körper heißt genau dann geometrischen, wie das Element 0 oder invertierbar ist. Das ist eine von fünf, sechs Körperbedingungen, die man konstruktiv stellen kann. Und das ist die stärkste von denen, die mir jetzt gerade so im Kopf hinschwimmen. Und ich könnte das noch genauer definieren, was galoische konstruktiv heißt. Je nachdem, in welchem Lehrbuch man nachschlägt, ist es zufälligerweise schon die konstruktive Definition. Aber wir wollen heute auch noch andere Sachen. So, und jetzt müssen wir das G richtig definieren. Und ich will euch überzeugen, dass das nichts schweres ist, das G zu definieren. Jetzt lassen wir uns nochmal von links ins Blick gehen. Ich schreibe das nochmal aus. Das war der topologische Raum, der K-Körper Isomorphismen von L nach L. So war es links bei zweitens. Und wenn man ganz genau ist, ist das hier noch keine fertige formale Beschreibung. Denn ich muss ja noch angeben, was die Topologie drauf ist. Das ist eben die Pult-Topologie. Und die habe ich euch aber verschwiegen anzugeben. Das heißt, der Leser müsste hier noch aus dem Kontext erschließen, welche Topologie vermutlich gemeint ist. So, jedenfalls war das jetzt noch nicht die konstruktive Definition. Die konstruktive Definition bekommen wir, wenn wir nur das Wort topologisch erworben, ersetzen durch Örtlichkeit. Örtlichkeit der K-Körper Isomorphismen von L nach L. Auch jetzt muss der Leser noch wenig ein bisschen was erschließen. Aber weniger als eben und er kriegt dann gleich mehr frei Haus. Immer wenn man die Kombinierung hat, topologischer Raum der M-M-M-M-M, dann muss der Leser ja nochmal nachschlagen, was waren denn eigentlich die M-M-M's, bildet so die Menge all dieser. Und dann muss er sich halt eine Topologie überlegen. Was ist die implizierte Konvention bei Örtlichkeit der? Da muss er Fragen jetzt machen. Er muss sich auch nochmal nachschauen, worum es hier geht. Er muss sich die Axiome daraufhin auflisten. Erkennen, dass die Axiome propositional-legometrische Axiome sind. Und dann bildet er einfach die klassifizierte Örtlichkeit dieser Dinge. Und dann ist die Topologie, also die Örtlichkeitsstruktur Freihausen dabei. Ist schon eine fertige Örtlichkeit. Die klassifizierende Örtlichkeit der Theorie der K-Körper Isomorphismen. Die ist hier gemeint. Und die Sprechweise ist berechtigt. Denn ihr wisst ja, was die Punkte von der klassifizierenden Örtlichkeit von der Theorie sind. Nämlich genau die Modelle von dieser Theorie in Z. Das heißt, die Punkte von dieser entstehenden Örtlichkeit hier, das werden die Modelle von dieser Theorie in Z sein. Das heißt, es werden K-Körper Isomorphismen sein. Das heißt, die zugrundenliegenden Punkte von dieser Örtlichkeit, auch wenn sie die Örtlichkeit nicht vollständig festlegen, sind trotzdem interessant. Das sind genau die Sachen, die hier nach dem Derben stehen. Das sind auch genau dieselben Punkte wie der topologische Raum bei zweitens Punkten. Also so kann man das machen. Und dann lautet der Satz, wie folgt. Dann gibt es eine kanonische Eins-zu-eins-Beziehung zwischen dem unterstetige Gruppe, Pluralend von G und dem Zwischenrat. Und die sieht auch genauso aus. Ein H wird geschickt auf L hoch H und ein E wird geschickt auf Gal L E. Und jetzt muss ich nur noch eine Sache machen. Nämlich, ich muss erklären, was hier dieses unterstetige Gruppen heißen soll. Und ich muss nochmal kurz erklären, wie denn die Theorie hier aussieht. Das geht einfach, damit man mehr einsieht, dass es wirklich nichts schweres ist. Also, eine Sache hatte hier nämlich noch gefehlt. Nämlich irgendwie eine Gruppenstruktur. Bisher ist das nur sowas wie ein Raum. Das ist halt eine Örtlichkeit. Also wir brauchen eine Gruppenstruktur drauf. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass das G zu einem Gruppenobjekt in der Kategorie der Örtlichkeiten wird. Das heißt, wir brauchen sowas wie G kreuz G nach G. So ein Morphismus in Log. Und ein Inversionsmorphismus. Das ist das Zusammenkringeln. Das ist das Invertieren. Und wir brauchen ein neutrales Element auch. Das wäre so gegeben. Und dann Aktion. Also die Gruppenstruktur, da genügt es jetzt nicht mehr, wenn ich die irgendwie auf Elementen angebe. Oder auf Punkten. Weil die Punkte legen die Örtlichkeit ja noch nicht fest. Aber ich kann mich halt ein bisschen mit der Kategorientheorie inspirieren lassen. Da weiß ich auch, was ein Gruppenobjekt in irgendeiner beliebigen Kategorie ist. Nämlich genau eine Sache, die durch diese Daten mit den üblichen Axomen, die man als Diagramme kombinieren muss, gegeben ist. Okay. Also die muss ich noch dazu machen. Und dann wird das Ganze zu einem Gruppenobjekt in der Kategorie der Örtlichkeiten. Und Gruppenobjekte in anderen Kategorien, die kennt ihr auch schon. Zum Beispiel Gruppenobjekte in der Kategorie der Mannequartigkeiten. Die haben einen Namen. Das sind die sogenannten Liebgruppen. Oder Gruppen- oder Vektorraumobjekte in der Kategorie der topologischen Vektorräume. Äh, in der Kategorie der topologischen Räume haben auch einen Namen. Nämlich das sind die topologischen Vektorräume. Also diese Art der Begriffsbildung kennt ihr schon. Und Marx Vorschlag, nur mal so beim Mittagessen dahergedetet, für einen trivialen Namen für Gruppenobjekte in der Kategorie der Örtlichkeiten, ist eben der Bedürf stetige Gruppe. Der passt genauso schlecht, wie differenzierbare Mannequartigkeit. Eine differenzierbare Mannequartigkeit ist ja auch nicht differenzierbar. Die kann ich nicht ableiten. Die bringt nur wenigstens zu tun mit, damit ich Funktionen auf ihr ableiten kann. Oder Differenzialformen oder so. Also genau ganz gleich schlecht ist dieser Begriff hier. Also ist vielleicht okay das so zu sagen. Also ich meine damit jedenfalls Unterobjekte in der Kategorie der Gruppenobjekte über Örtlichkeiten. Gut, also das ist zum Beständnis von der 1,3-Sektion. Und jetzt möchte ich euch gerne noch angeben, wie diese Theorie aussieht. Ja. Überhaupt nicht schwierig. Also gemeint ist folgende Theorie. Propositional geometrisch. Die hat ganz viele atomare Propositionen und wir müssen die angeben. Nämlich atomare Propositionen phi index xy für xy aus L. Also L hoch 2 viele atomare Propositionen. Und ich stelle mir dieses phi xy vor als die Aussage, dass der ruminöse Körperisomorphismus von L nach L um den es geht, dass der x auf y abbildet. So stelle ich mir das phi xy vor. Und dann brauche ich Aktionen. Gut, und da kommen jetzt die Körperisor-Aktionen. Die anfangen mit einfachen Aktionen, dass die phi xy quasi eine Abbildung beschreiben. Zum Beispiel, wenn man in phi einen x einsetzt, kommt ja überhaupt mal was raus. Also wir brauchen das Aktionen, dass wir das da haben. Das ist nicht eine Aktion, sondern das sind ganz viele Aktionen. Je ein so eine Aktion für jedes Element x aus L. Das drückt aus, dass die Abbildung phi total wird. Wir brauchen auch, dass es wirklich eine Abbildung ist. Das hier rechtseindeutig sagt, ob ich die Informatikerin dazu ist. Das heißt, wir brauchen, dass wenn phi xy gelten sollte und wenn phi xz gelten sollte, das dann schon x mal gleich z ist. So, jetzt ist es eine Abbildung. Dann brauchen wir sowas wie Subjektivität. Subjektivität wäre das da. Und diesmal haben wir hier ein Aktion für jedes y aus L. Das drückt dann halt aus, dass es immer irgendwie ein x gibt, sodass phi xy stimmt. Das ist Subjektivität. Dann noch Injektivität und dann noch Aktionen, dass es wirklich ein Körperiso wird. Sowas wie, dass die Null auf die Null geht. Das könnte man so ausdrücken. Die Null, Null. Gut, und dann noch ein paar weitere Aktionen. Aber jetzt haben wir das Prinzip verstanden, oder? Und so komme ich auf diese Theorie. Rane? Eine etwas weitergehende Frage. Es wirkt ja irgendwie künstlich, dass man jetzt für jeden zwei Elemente in einem Körper irgendwie eine eigene Aktion hat. Gibt es eigentlich eine Definition von Körper, die ohne Körperelemente auskommt? Ja, extrem wichtige Frage. Natürlich auch im Hintergrund von Mainstream-Mathematik. Denn wir wollen ja irgendwann einen Körper mit einem Element verstehen. Und der ist ja nicht die Menge, die ein Element enthält. Und dann schreibt ich gleich mal zu. Das wäre der triviale Ring, der nicht interessant ist. Also ja, gibt es. Da gibt es halt 15 verschiedene Ansätze. Oder 6 verschiedene Ansätze. Und es ist noch nicht von allen klar, wie die sich verhalten und welche besonders gut sind und so. Einen Ansatz will ich gleich nochmal erwähnen. Aber kenne ich da auch nicht besser aus. Das ist hier quasi schon, das ist so ein bisschen eine Mischmasch. Und zwar auch absichtlich ein Mischmasch. Man sagt, Körper sind weiterhin Mengen. Mit einer Addition drauf, mit einer Multiplikation drauf und so weiter. Nur die Gruppen dran oder sowas sind nicht mehr normale Gruppen. Gruppen, die aus den Mengen sind und dann noch die Struktur. Sondern es sind halt Örtlichkeiten und eine Struktur drauf. Und dann ist es recht natürlich, so eine Theorie hinzuschreiben. Modelle von dieser Theorie, die würden ja jeder Art Mahler-Proposition einem Wahrheitswert zuordnen. Und zwar so, dass die Axiome erfüllt sind. Und aus so einer Krisenansammlung von Wahrheitswerten kann man dann genau eine Bjektion, und genau einen Körper, wie ich KKW-Somophismus von NHL basteln. Indem man sich eben anschaut, für festes x, welches phi xy war das? Genau eines von denen es war. Und so weiß man dann, wohin man das x schicken muss. Okay, also jedenfalls so geht es konstruktiv. Und jetzt will ich das einfach nochmal als Motto zusammenfassen. Was war das für das Problem? Das Problem hier war, dass das OutKL quasi eine wahnsinnig große Gruppe ist im Allgemeinen. Und dass man nur dann mit ihr zurechtkommt, wenn man sich traut Topologie zu betreiben. Nämlich die KUL-Topologie drauf zu machen. Und dasselbe Motto gibt es halt in der konstruktiven Mathematik auch. Nur mit zwei Veränderungen. Erstens Topologie machen heißt dann immer Örtlichkeitstheorie betreiben. Topologische Räume sind noch nicht gut genug. Und zweitens aber, das kommt alles viel früher zum Vorschein. Das Nummer erstens hier ging ja entweder mit der roten Modifikation oder klassisch auch ohne Modifikation auch schon so durch für endliche Erweiterungen. Erst als wir zu unendlichen Erweiterungen gekommen sind, brauchte man in der klassischen Situation Topologie. Konstruktiv ist es so, dass die Topologie einem schon viel früher hilft. Auch schon bei endlichen Erweiterungen hilft einem Topologie, weil das da eben ein konstruktiv gültiger Satz ist. Auch für endliche und auch für unendliche Erweiterungen. Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass das jetzt irgendwie komplizierter geworden wäre. Zumindest nicht aus meiner Sicht. Weil ob ich hinschreibe die Gruppe der... Oder erstmal, ob ich hinschreibe die Menge der K-Körper-Isos oder ob ich schreibe die Örtlichkeit der K-Körper-Isos. Das ist fast das Gleiche. Beidesmal muss ich mir der Axiom im Gewiss sein. Ich muss die kennen, damit ich weiß, was das bedeutet. Und dann rufe ich halt einmal so einen Mengenlehrer auf, die ich dann bitte eine Menge zu konstruieren, wo all die Sachen drin sind. Und einmal rufe ich die Örtlichkeitstheorie auf. Mit der Bitte, mir eine Örtlichkeit zu konstruieren, deren Punkte das dann sind. Und hier kommt halt gleich die automatische Studie mit dazu. Ich lade euch herzlich ein, das noch genauer zu analysieren. Zum einen gab es eine Übungsaufgabe dazu. Zum anderen wurde das in den... Ende der 80er Jahren, glaube ich, gemacht. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Eventuell Eduardo Debüt. Das findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie nach Gallery3 und Locale sucht. Und das ist wirklich ganz schön. Es gibt noch viele Details, die man hier lernen müsste. Zum Beispiel, was überhaupt L hoch H heißen soll, wenn H ja gar nicht aus Punkten besteht. Es macht auf jeden Fall Spaß sich damit zu beschäftigen. Was hat man davon? Man hat es zum einen Konstruktiv. Und das hat dann weitere Auswirkungen. Weil man zum Beispiel automatisch Parameter abhängig hat. Weil man das, was dann hier passiert, auch im Topos machen kann. Und dann hat man Gallery3 den Hauptsatz nicht nur für Körpererweiterung, sondern auch für Erweiterungen von Garten und Körpern. Okay, das war Nummer 1. Gibt es dazu Fragen? Gut. Vielleicht der Name? Umarbeitspolitik. Ja, also ehrlich gesagt, wir könnten da mal jetzt eine Viertelstunde diskutieren, was eine gute Übersetzung sein soll. Im Englischen hätte ich gesagt, embrace Topology. Nimm sie ernst. Nimm sie frühzeitig ernst. Dann kriegst du gute Ergebnisse. Klassisch genügt es halt immer, sie ein bisschen später ernst nehmen. Zum Beispiel in der LR1 noch nicht, erst in der LR3, also der Funktionalanalyse. Schätze. Schätze, genau. Aber Schätze finde ich ein bisschen zu schwach. Embrace. Schätze sie eben. Fangen sie mit offenen Armen. Andere Grund, wo wir das letzte Mal gesehen hatten, war sowas wie die Potenzmenge. Kann nicht konstruktiv wie klassisch bilden, kein Problem. Aber die Potenzmenge enthält jetzt schon irgendwie ganz viele Elemente. Auch so ein bisschen mehr wie klassisch. Das stimmt jetzt nicht, wenn ich es wirklich hinschreibe. Aber man hat trotzdem das Gefühl, weil die Potenzmenge enthält ja ganz, ganz viel eventuell in irgendeinem Sinne. Nämlich die Menge derjenigen Sternchen, sodass Vieh gilt, Vieh in der Aussage. So, und das Problem kann ich ignorieren, aber wenn ich das ignoriere und wirklich die Potenzmenge statt die Potenzörtlichkeit betrachte, dann kriege ich später irgendwann Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich das dann zurückziehen will, längst von dem geometrischen Morphismus, dann zieht sich die Potenzmenge von einem Objekt X nicht auf die Potenzmenge des zurückgezogenen Objekts zurück. Aber die Potenzörtlichkeit zieht sich auf die Potenzörtlichkeit des zurückgezogenen Objekts zurück. Also da ist alles schön wieder. Übrigens, die Formulierung der Axiome hier war selbst geometrisch. Also ich meine nicht die Axiome selbst, die müssen geometrisch sein, sonst habe ich das Kalkül nicht, um klassifizierende Sachen zu bekommen. Aber auch eben die Angabe, welche Axiome hier vorhanden waren, die war geometrisch. Man müsste wissen, was man damit meint. Und das sage ich dann automatisch auch, dass wenn ihr, also zum Beispiel ein Körpergabe K habt und eine Oberkörpergabe L, und ihr bestimmt dann in dem Topos der Gaben die Ganua-Gruppe, die stetige Ganua-Gruppe, also diese Örtlichkeit. Und wenn ihr die dann später zurückzieht, dann kommt genau die Ganua-Gruppe der zurückgezogenen Gaben raus. Also es fällt sich sehr, sehr gut einfach unter Bezug. Falls ihr das auch noch nicht gemacht habt, dann geht auf die Seite von Steve Freakers und lest euch da sowas. Da sind viele Artikel dazu. Alle sehr, sehr schön. Alle sehr gut verständlich. Irgendwie Geometric Logic Continuity oder sowas. Er erklärt diese Philosophie, umarme Topologie, von dem Standpunkt des Zurückziehens sehr, sehr gut. Wirklich sehr schön. Alles, was ich darüber weiß, habe ich gut hingelernt. Okay, lasst uns weitermachen mit Idepotenz. Idepotenz geht kürzer. Das ist im Wesentlichen nur ein Theorem, was ich euch verraten möchte. Theorem. So, sei x eine Örtlichkeit, sei y eine Örtlichkeit über x, das war nichts Schlimmes. Örtlichkeit über x heißt nur, dass es eine Örtlichkeit ist, die noch daherkommt mit einem Örtlichkeitsmorphismus nach x. Und dieser Morphismus ist Teil des Datums. So. Sei 4 eine Formel über dem größten Objekt des Rahmens von y. Dann können wir uns zunächst Folgendes machen. Wir können uns aus Sicht, in die Sicht von y begeben und uns dann eben fragen, ob phi stimmt. Das ist ja eine Sache, die wir machen können. Und je nachdem, ob phi stimmt. Oder je nachdem das phi ist, ist das eine wahre Aussage oder eine falsche Aussage. Und ihr müsst mir ein Klassizitätsdruck geben. Weil das kann ja auch ein Verrückter machen. So, jedenfalls das kann man formulieren. Ja. Und jetzt kann man noch was zweites formulieren. Wir können uns erstmal in die Sicht von x begeben. Und in dem Gaventropos über x, da gibt es ein Abbild von y. nämlich i von y. Ihr erinnert euch, aus jeder Örtlichkeit über x kann man eine Örtlichkeit intern in Schiefs x bauen. interne Örtlichkeit in Schiefs x, welche die gegebene Örtlichkeit y widerspiegelt. Und wenn wir uns jetzt einfach komplett in die interne Sicht begeben und auch so einen kleinen Sprung vielleicht noch wagen, dass wir mehr Mathematik intern betreiben, als wir offiziell gesehen haben, was man machen kann, dann können wir, wenn wir also ein bisschen fürchtlich sind, folgendes machen. Wir können intern auch den Topos der Gaben drüber betrachten. Der hat eine interne Sprache. Und wir können aus seiner Sicht halt uns die Frage stellen, ob viel gilt. Dann müssen wir jetzt noch so Häkchen dazu. Weil das, was hinter dem Häkchen stand, das war noch nicht komplett ausformalisiert. Da kam ja dieses Zeichen vor und das hatte aber eine Definition. Nämlich halt die Klip-Gesche, die der Leser nachschlagen muss in dieser Stelle, um sie dann herzusetzen. Jedenfalls das kann ich bilden, ja. Ich begib mich also in die Sicht von x. Dann gibt's ein Abbild von y, i von y. Das ist ein ganz normaler, die Gaben drüber sind ein ganz normaler Topos. Kann ganz normal die interne Sprache in den Kapern lassen. Das ist jetzt doppelt intern. Und man kann sich fragen, ob es irgendeinen Bezug dazwischen gibt. Und die Antwort ist, ja, gibt es. Nämlich die beiden Auslandseinsen. Das heißt, die interne Sprache wird nicht irgendwie schwieriger, wenn sie doppelt verschachtelt verwendet wird. Es ist genauso gut, wie wenn man sie einmal dann macht. Nämlich bei dem äußersten Layer, bei y. Oder beim innersten Layer, je nachdem, von welcher Richtung ihr schaut. Das Ganze kann man noch aufpowern, wenn man das möchte. Dann hätten wir aber momentan nicht die Möglichkeit, das zu zeigen, weil wir einfach die Begriffe nicht eingeführt haben. Dann, was ist die? Ich hab's euch mal an. Sei f nach e ein Geometromatismus von Popeye. Sei phi eine Formel über f. Dann haben wir folgendes. Wir könnten einmal die interne Sprache von f bemühen, um herauszufinden, ob phi in der gilt. Oder wir könnten uns in die Pestikile von e begeben. Und dort nachschauen, ob bei dem Spiegelbild von curly f in der internen Welt von e, ob dort viel gilt. Das schreibe ich dann als fbb f. Und das ist eine sogenannte lokal-interne Kategorie im Sinne Finans. Jedenfalls kann ich quasi genau die analoge Frage mir überlegen und die Antwort wird dann auch wieder genau diese. Okay, nur noch eine Sache dazu. Ich möchte euch die Idee geben, wie man das zeigen kann, nur extrem grob. Die präzise Antwort wäre halt, man macht den Bezugsbeweis über den Aufbau von phi. Aber man kann das ein bisschen besser noch sagen. Nämlich im Spezialfall. So. 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 Also x könnte eine liebige Örtlichkeit sein, aber jetzt lasst das y ein bisschen leichter machen. Lasst nicht irgendeine Örtlichkeit über x nehmen, sondern die einfachste Örtlichkeit über x, die terminale Örtlichkeit über x. Also wie der x selbst. Ansonsten in der Situation von dem Theorie nach oben. So, und dann können wir da mal schauen, ob wir das vereinfacht bekommen. Wir starten dort. Wir möchten jetzt mehr in den Klänzumfung machen, bis wir auf der linken Seite angekommen sind. Also dort. Und das fällt uns jetzt gar nicht schwer, zumindest wenn wir ein bisschen skaten über Details. Zum Beispiel wisst ihr ja, was i von y ist in diesem Fall. Das ist nicht irgendeine interne Örtlichkeit, sondern die einfachste, die es gibt. Die einpunktige. Die einpunktige interne Örtlichkeit. Das hatten wir bemerkt, als wir ihn über interne Örtlichkeit gesprochen haben. Wenn wir eben eine Örtlichkeit x haben und dann drüber die Örtlichkeit x selbst wieder, dann wird die aus interner Sicht einfach wie ein Punkt aussehen. Also jede Örtlichkeit sieht aus ihrer Sicht aus wie ein Punkt. Wenn ihr ein Beispiel haben wollt, für etwas, was aussieht wie zwei verschiedene Punkte, diskret getrennt, dann wäre es folgendes. Ihr habt eine Basis zur Örtlichkeit x und ihr nehmt als Örtlichkeit drüber mit ihr x-Koprodukt x. Weil jetzt quasi jeder Punkt zwei Fasern, zwei U-Bilder hat, quasi, ist es aus interner Sicht einfach so, dass das jetzt ein zweitpunktiger, diskreter Raum ist. So, aber hier haben wir jedenfalls das. Wir können das also informieren zu dem nach. Und jetzt erinnert man sich daran, was an die Kernsprache vom Topos Legaben über den einpunktigen Raum so besonders ist. Nämlich, das ist eigentlich gar nicht so eine interne Sprache oder so, sondern das ist eigentlich die normale Sprache. Das heißt, haben wir viel. Also das Lemma, das die interne Sprache vom Garten Topos über den Punkt, dasselbe ist wie die Meta-Sprache. Dieses Lemma hat den selbst schon konstruktivten Beweis und deswegen können wir ihn in den Garten Topos anwenden. Mir macht das extrem viel Spaß, so Doppel zu machen oder auch einfach Sachen, von denen ich dachte, dass ich sie jemals nur auf Mieterniveau brauchen würde, dass ich die dann doch wieder intern verwende. Das ist irgendwie cool, dass man das machen kann und halt auch praktisch kommt immer mal wieder vor. Das war's schon mit Ideen-Protos. Das war's schon mit Ideen-Protos. Habt ihr das gefallen? Gut, dann geht's weiter. Ich würde vorschlagen, wir machen direkt weiter bei Nummer 4, weil das wichtiger ist als 3. Olivias Brückenbauprogramm. Gut. Also das Brückenbauprogramm von Olivia Caramello. Sehr, sehr coole Forscherin war auch schon mal hier. Das war ein schöner, toposgerichter Tag. Also das Brückenbauprogramm von Olivia Caramello. Also das gibt's so seit 2009, seit ihrer Doktorarbeit. Wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, sowohl von ihr als auch von mehreren Kolleginnen und Kollegen von ihr. Und ist eine tolle Sache, wenn es anders war. Ich will euch grob erklären, was die Idee ist. Die Idee ist die, wenn man startet mit dem Situs C. Dann gibt es zu diesem Situs C den Garb-Tropos. Dieser Garb-Tropos nun könnte Äquivalent sein zu einem anderen Garb-Tropos. Zu einem Tropos von Garben über einem ganz, ganz anderen Situs C'. Und jetzt sieht ihr den anderen Situs, würde ich hier mal. So, diese Situation, dass wir zwei Situs haben, deren zugehörige Garb-Tropos sind, diese Situation nennt Olivia eine Brücke. Das ist eine Brücke, eine toposgerichter Brücke von C nach C' oder andersrum. Die nur sichtbar wird, wenn wir uns trauen, auf die Ebene der Topos zu gehen. Nämlich so, dass so eine Brücke eine besonders große Tragweite dann entfaltet, wenn sich die Situs C und C' überhaupt nicht ähneln. Und wenn die ganz, ganz anders aussehen. Wenn es dann trotzdem eine Verbindung gibt, dann ist das eine schöne Sache. Ich will euch gleich ein Beispiel zeigen für so eine Brücke. Vielleicht zwei Beispiele, eins nur so zu kennenlernen und dann ein interessanteres. Aber ich will euch noch sagen, was man anstellen kann, wenn man das gefunden hat. Das sind mehrere Dinge, die man anstellen kann. Und ihr schönes Buch ist ausgeprägt durch zahlreiche Beispiele. Und es ist wirklich gut geschrieben, ich glaube, ich habe das mal durchzusteberen. So, habe ich vielleicht ein paar Aspekte gezeigt. Ähm, ja. So, habe ich, glaube ich. Also was kann man mit einer solchen Brücke anstellen? Eine Möglichkeit ist, Wissen von C nach C' transportieren oder andersrum. Das hört sich ein bisschen abstrakt an und ich will das präzisieren. Finde eine interessante Eigenschaft von C. C ist, auch unabhängig davon, dass wir später die Kategorie Gaben darüber bilden, ist das vielleicht eine interessante Kategorie, mit der wir starten. Vielleicht die Kategorie derjenigen Objekte von dem Lieblingsgebiet, was wir gerade haben. Und dann haben wir vielleicht irgendeine interessante Eigenschaft von C. Finde eine Möglichkeit, diese Eigenschaft invariant zu formulieren. Das heißt, auf eine Art und Weise, die nur noch den Topos der Gaben darüber erwähnt, aber nicht mehr C selbst. Das geht nicht bei allen Eigenschaften von einem Situs, aber bei vielen interessanten Ideen dazu. Was ist dann der Punkt? Der Punkt ist, wenn man weiß, dass die Eigenschaft für C gilt, dann weiß man halt auch, dass diese unformulierte Eigenschaft für den Gabentropos gilt. Und weil der Gabentropos entglend ist zu dem anderen, gilt dann die Eigenschaft auch für diesen anderen Gabentropos. Und jetzt kann man wieder sich fragen, was das dann eigentlich für C' aussagt. Ich finde heraus, was die Gültigkeit dieser Eigenschaft für den anderen Gabentropos über C' aussagt. Also das ist die ganz abstrakte Anleitung, die man befolgen kann. Gut, und so hat man dann, also je nachdem was Sache ist, hat man dann das Neues gelernt. Wenn C die Eigenschaft hat, weiß man dann auch, dass C' eine Eigenschaft hat. Ich gebe euch ein Beispiel für so Eigenschaften, und zwar eine Eigenschaft von einem Topos. Egal wie der Topos zustande gekommen ist, könnte sein, dass er kompakt ist. So wie topologische Räume oder wie Örtlichkeiten kompakt sein können, können auch Topoi kompakt sein. Zum Beispiel für kompakte Topoi sind Topoi von Gaben über kompakte Örtlichkeiten. Gut, und dass ein Topos kompakt ist, kann man ausdrücken mit Hilfe eines jeden indefinierenden Situs. Das wäre so, da müsst ihr euch nicht merken oder so, könnt ihr alles nachlesen. Aber gerade für kompakte wäre es so, der Gabentropos über einen Situs ist genau dann kompakt, wenn jede Überdeckung, die zu C gehört, verfeinert werden kann zu einer endlichen Überdeckung. Da werden quasi endliche Überdeckungen immer ausreichen. Gut, und das kann halt für C in der Praxis dann ganz ganz anders aussehen, wie für C'. Trotzdem, dank der Brücke, kann man eine Eklensbeziehung dann finden. Wenn man irgendwie herausfindet, dass C diese Eigenschaft hat, dann weiß man, der Gabentropos drüber ist kompakt, dann ist dieser Topos kompakt, weil es der selbe Topos ist. Und dann weiß man, C' hat auch diese Eigenschaft mit diesen endlichen Überdeckungen. Und das ist dann eventuell was Neues, was einem vorher nicht klar war. Also das ist eine von solchen Eigenschaften. Und dann gibt es halt noch 20 andere. Man kann auch immer noch mehr entdecken, das ist nicht abgeschlossen. Daniel hat das in sehr schöne Worte gepackt, dieses Vorgehen. Mal schauen, ob ich mich da richtig entsinne wieder. Denn hier wird gewissermaßen das übliche Vorgehen in der Mathematik auf den Kopf gestellt. Normalerweise geht man induktiv vor. Man hat irgendwie Sachverhalte, Teilgebiete, Objekte, die man untersuchen will. Und man lernt halt Eigenschaften über die. Und dann findet man irgendwelche Querverbindungen und so. Und schaut sich das so an. Hier ist das ein bisschen anders. Weil man nämlich nicht im Voraus planen kann, wie die Übersetzung für zig Strich aussehen wird. Also was man hier einfach macht, ist, man hat irgendeine interessante Eigenschaft von C. Findet raus, wie man die formulieren kann, ohne C selbst zu verwenden. Sondern nur in jemandem Gaventropos verwenden. Und dann lässt man sich überraschen, wie man diese Eigenschaft dann, also was die dann über C' auch sagt. Und das kann man halt im Vorhinein nicht so gut planen. Deswegen ist das ein bisschen ein oft im Kopf gedrehtes Vorgehen. Ein einfaches Kriterium übrigens für Sachen, die nur scheinbar vom Situs abhängen, aber in Wahrheit nur vom Topos, wären alle Sachen, die man mit der internen Sprache austauschen kann. Das ist nicht offensichtlich, weil so wie wir die interne Sprache eingeführt haben, braucht die ganz zwingend diesen Situs zugrunde liegend. Aber das war nur ein Artefakt davon, wie wir es eingeführt haben. Man kann die interne Sprache auch nochmal so einführen, dass sie gar nicht über den Situs redet, sondern nur über die Objekte des Topos. Und damit wird dann klar, dass alles, was ich intern formulieren kann, automatisch invariant ist. Nicht von der speziellen Wahl des Situs abhängt. Und je nachdem, wie weit die beiden Situs entfernt sind, kann das krass sein oder ganz wenig krass. Ein wenig krasses Beispiel, nur damit ihr wisst, was ich meine wäre zum Beispiel, wenn man Folgendes macht. Ja, das kann ich eigentlich auch gleich aufschreiben. Aber ich will euch vorher noch zwei Punkte geben. Was noch andere zweite Sache ist, sei C der klassifizierende Situs zu einer Theologie T' und sei C' der klassifizierende Situs zu einer Theologie T'. Dann weiß man automatisch Folgendes und das kann halt in konkreten Situationen auch wieder interessant sein. Nämlich einerseits kann man sich, kann man Potienten von T betrachten. Was heißt Potienten von T? Das sind wiederum Theorien, geometrische Theorien, die über die selben Signatur wie T formuliert sind. Und die auch mindestens dieselben Axome haben wie T, aber dann eventuell noch weitere dazu. Also eine Potiententheorie bekommt einfach mal weitere Axome ergänzt. Beispiel, man startet mit der Theorie der Ringe und ergänzt dann das Axome, dass der Ring lokal sein soll. So wie die Potienten von propositionalen geometrischen Theorien unter Örtlichkeiten der klassifizierenden Örtlichkeit entsprechen, entsprechen die Potienten von der geometrischen Theorie, die vielleicht nicht propositional ist, dem Untertopol von Gaben ausdrüben. Das wäre ein Theorem, was quasi in Abschnitt reingekommen wäre. So, und weil die beiden Topoi nach Voraussetzungen equivalents sind, steht diese Partialordnung von Untertopoi in 1, äh, in Isomorphie zu den Partialordnungen von Untertopoi von den anderen Topos. Und die stehen wieder nach diesen Theorien in 1-zu-1-Beziehung zu den Potienten von Theorien. Okay, und so hat man eine ganz interessante Verbindung geschaffen zwischen den Theorien T und T'. Die sind eventuell nicht biinterpretierbar. Das heißt, es ist nicht möglich, einfach eine syntaktische Übersetzung zwischen den Theorien anzugeben. Trotzdem kann es eben so eine Brücke zwischen den Theorien geben, in diesem Sinne. Und dann weiß man, dass zu jeder Menge an Zusatzaxiomen, die man sich bei T gönnen kann, eine entsprechende Menge von Zusatzaxiomen gibt, die man zu T' zu nehmen muss. Und so ergibt es dann doch irgendwie eine syntaktische Verbindung, aber über den symmatischen Umweg und auf eine ganz andere, also auf eine höhere Art und Weise. Da kann man immer dann tatsächlich irgendwie algorithmisch bestimmen, welches den Potient sind. Was dann der entsprechende Potient ist. Ja, oder eigentlich ist es doch nicht eindeutig bestimmt. Doch, doch, doch. Achso, ja, doch. Ja, weil es eine Bijektion ist, genau. Natürlich, also so ein Potient selbst, der ist nicht... Also da hat man schon eine Influenzrelation drin, nämlich zwei Potienten von der Theorie identifiziert man, wenn sie dieselben Resultate zeigen. Das heißt, auf die genaue Wahl der Aktion kommt es nicht an. Und zwischen denen gibt es auch keine Einzuteilungsübersetzung. Nur zwischen den Konsequenzen dann wieder von diesen Aktionen. Jedenfalls zu deiner Frage, ob das algorithmisch geht. So sehen wir. Also der Beweis hiervon ist schon völlig konstruktiv. Und außerdem kann man sehr explizit angeben, also zu welchem Prozent von Theorie dann welche Prozent von Theorie gehört. Aber es gibt in der Praxis trotzdem noch ein kleines Problem, nämlich die Beschreibung, die man dann bekommt, ist erstmal so eine wahnsinnig unökonomische. Wo da nicht einfach dran steht, okay, nehmen folgende fünf Zusatzaktionen dazu, sondern nehmen folgende Menge von Aktionen dazu, die erstmal riesig groß sein kann. Und dann braucht man jeweils noch Kreativität, zusammen mit anderen systematischen Verfahren noch, aber vor allem auch eine große Krise Kreativität, um dann von dieser großen Menge an Zusatzaktionen, momentisch großen Menge, herauszufinden, welche wenigen Aktionen eigentlich genügt hätten, um dieselben Konsequenzen zu generieren. Das macht für mich dieses Brückenbauprogramm auch so faszinierend, weil es ein schönes Zwischenspiel ist zwischen sehr systematischem Anteil und kreativem Anteil. Ich gebe euch zwei Beispiele für Suchen. Ich gebe euch zwei Beispiele für euch. Ich gebe euch zwei Beispiele für euch. Also, ein erstes Beispiel für eine Drücke, das soll keins sein, was euch umhaut, was nur die Idee vermittelt von diesem Drücke im Aussehen kann. Da könnten wir als einen Situs verwenden, den Situs der offenen Teilmengen von dem topologischen Raum Speck A. Spektrum von einem kommutativen Ring, ganz klassisch definiert, Menge der primidialen Zerisky-Topologie drauf und dann die Menge der offenen Teilmengen, oder den Situs der offenen Teilmengen. So, das kann man bilden. Wenn die Meta-Konstruktiv ist, dann ist Speck A, so wie man es klassisch definiert, kein gutes Objekt. Und auch der Situs davon ist dann kein guter Situs. Da ist zu viel Information verloren gegangen. Aber lasst uns kurz klassische Meta-Logik annehmen und dann hier mehrere Beispiele finden. Also, das wäre ein Situs, den man betrachten könnte. Es gibt einen anderen Situs, nämlich den Situs, den wir C A genannt hatten. Der führt nämlich zum selben Topos. Und zwar zum guten Topos, auch dann, wenn die Meta-Logik konstruktiv ist. Dann könnten wir noch was machen. Wir könnten den klassischen Situs von der Theorie T nehmen, wobei die Theorie, die folgende Theorie ist, Theorie der Filter von A. Das ist wieder ein Situs, der ziemlich anders ausschaut als C A und ziemlich anders als der. Der liefert aber trotzdem auch den selben Gabenprozess. Also, füreinander äquilente Gabenprozess. Man könnte auch noch was nehmen, nämlich C' wobei T' eine andere Theorie ist, nämlich Theorie der lokalen Lokalisierungen von A. Lokalisierung ist, wie in der Komponenten Alphabet meint. Man kann halt den Ring A nehmen, an irgendeinem multipliktiven System lokalisieren und dann kommt ein neuer Ring raus. Und jetzt will ich nicht all solche Ringe betrachten, sondern nur die, die zufälligerweise selbst lokal sind. Das könnte ich jetzt auch schreiben als Axiome. Die wären geometrisch, nicht mehr geometrisch-propositional, sondern jetzt wirklich geometrisch. Das hier war noch geometrisch-propositional und dann kriege ich eine Theorie und dann kann ich den Situs drauf machen. Und der wird wieder in equerten Top-7. Und dann vielleicht eins links noch. Das wiederum funktioniert jetzt hier dann nur gut in klassischer Methodologik. Nämlich, wir könnten auch, anstatt dass wir alle Teilmengen nehmen, nur die, die man in der Alphabetraschendometrie standardoffen nimmt. So, die standardoffenen. Das sind die, die von der Form B von F sind. So. Und das liefert auch wieder in den Führten und Kleckentropos. All diese Top-7 würde ich übrigens einfach bezeichnen als Speck A. Aber das ist natürlich nicht, wie man es klassisch bezeichnet, weil klassisch ist Speck A reserviert für den popologischen Raum der Primitier. So. Und was ist jetzt eine Konsequenz, wenn wir zum Beispiel hier die erste Möglichkeit, so eine Brücke auszunutzen, betrachten? Ich lerne zum Beispiel in einer Standard-Anfänger-Vorlesung, weil zum Beispiel lerne ich, dass das Spektrum von A kompakt ist. Das lerne ich übrigens eigentlich, also wenn man im Beweis schaut, dann sieht man eigentlich, dass der diesen Situs verwendet. In Wahrheit. Nur kommt natürlich das Wort Situs nicht vor und so, aber man schenkt sich im Beweis irgendwie auf den Standard-Anfänger ein. So. Das heißt dann automatisch auch, dass der Topos kompakt ist. Und daher auch, dass die entsprechende Sieten-Charakterisierung für Kompaktheit zutrifft auf all diese drei Sieten. Und was hilft mir das jetzt? Da muss ich ja noch ein bisschen nachschauen, wie sich Kompaktheit äußert für so klassifizierende Sieben. Da lerne ich aber zum Beispiel folgendes. Lass mich das einfach kurz aufschreiben. Also der Garn, der klassifizierende Topos zu einer möglichen Theorie T, der ist genau dann kompakt. Wenn folgendes für die Theorie T stimmt. Immer, wenn man Modul und T zeigen kann, dass irgendeine riesige Disjunktion von Formeln stimmt, dann existiert schon eine endliche Teilmenge, sodass die Theorie zeigt, dass eine von diesen wenigen für dies erfüllt ist. Erinnert euch an die Disjunktionseigenschaft aus dem ersten Kapitel der Vorlesung, welche ha hat und pa nicht hat. Wenn pa phi oder psi zeigt, dann heißt es noch lange nicht, dass pa phi zeigt oder dass pa psi zeigt. Aber wenn ha phi oder psi zeigt, dann haben wir gesehen, es zeigt ha auch phi oder ha zeigt auch psi. Eines von beiden zeigt es dann auch wirklich. Das ist eine Abschlechtung davon. Wenn die Theorie eine Disjunktion aus unendlich vielen phi zeigt, dann gibt es schon endlich viele, wo die Theorie auch schon sagt, dass eines von denen gilt. Und dadurch, dass man jetzt aus einer Anfängervorderung weiß, dass dieser Topos hier kompakt ist, weil zum Beispiel diese Sieben hier kompakt sind, hat man dann was gelernt über die Theorie der Filter von A und auch über die Theorie der Lokalisierung von A. Nämlich, dass die diese Eigenschaft hier haben. Und das ist halt etwas, was anderweitig schwer gefallen wäre. Ich sage nicht, dass man es nicht hätte hinbekommen können. Im Gegenteil, man kann es hinbekommen, weil man all diese Meinungen in der Wege wegkompilieren kann und zum Schluss bleibt nur noch ein Beweis stehen, der nur noch T verwendet und niemals sich Primvialung noch anschaut. Aber so hat man eine schöne konzeptionelle Basis für das Theoriegen. Und so kann man das Theoriegen überhaupt erst entwickeln, entdecken. Das weiß man halt auf seinen Anfangspalm, als dann irgendwann mal Alpio1 gehörte. Und dann ist das automatisch eine Konsequenz für diese beiden Tupen. Ich würde euch ein zweites Beispiel hier zeigen. Eines, was überhaupt nichts mit überraschendem Getrie zu tun hat. Nehme ich folgendes. So, es gibt die Kategorie der MV-Entliebungen. Vorgleich erklärt. Darüber kann man dann den Gabentuppes betrachten und der wird Äquivalent sein zu einem anderen. Ich spare mir die Notation für die Tupen. Nämlich Kategorie der, jetzt muss ich das richtig hinkriegen, der Rabelschen Drucken mit einer Strong Unit, mit einer starken Einheit. So. Was passiert hier? Ich muss beide Begriffe kurz erklären, gell? Was ist eine MV-Rebitar? Genau kriege ich es, glaube ich, auch nicht auf die Reihe. Aber grob ist es die Sachen, die für Waschmaschinen wichtig sind. Und zwar für so Fuzzy Logic. Das Wasser ist nicht kalt oder heiß, sondern ist so lammbarm. Das ist Fuzzy Logic. Und das untersuchen Informatikerinnen ja ganz oft. Und eine Formalisierung davon sind MV-Algebra. Eine MV-Algebra ist so eine Menge A zusammen mit einer Operation, die so ähnlich ist wie ODA. Aber man schreibt die so gekriegt plus. und einer, eine Null-Egnung und einer Negation. Und ein Beispiel, ein langweiliges Beispiel wäre, man nimmt die Menge 0,1 für A. Für dieses komische Plus nimmt man Maximum. 0 nimmt man 0 und eine G nimmt man genau das andere nehmen. Ein interessanteres Beispiel wäre, man nimmt das Einheitsintervall von 0 bis 1. Als das Plus nimmt man Maximum. Für 0 nimmt man 0 und für das nimmt man Rechne 1-. Das Gegenteil von zu 30% scheint die Sonne ist dann zu 70% scheint die Sonne. Das ist die Idee dahinter. Das sind MV-Algebra. Da müssen Axiome gelten und all die Axiome sind nur so Gleichheitsaxiome. So wie Distributivgesetz oder so. Ja, nur links steht was, ist gleich, rest steht was und das Ganze ist alt quantifiziert. Was sind die abelschen Gruppen mit starker Einheit? Gut, also das sind abelsche Gruppen G plus 0 minus Rechner. So und jetzt eine starke Einheit U. Ah ja, außerdem sollen die geordnet sein. Also total geordnete abelsche Gruppen. So und dann noch eine starke Einheit U. Und was macht diese starke Einheit? Die soll folgendes Axiome erfüllen. Im Kontext, dass wir irgendein Gruppenelement gegeben haben, soll für irgendeine natürliche Zahl n gelten, dass x kleiner gleich ist wie n mal u. Beispiel wäre die Menge aller reellen Zahlen, mit ihrer Standardaddition, Standardordnung, Standardordnung und als u nennt man die Zahl 1. Denn dann ist gerade das Axiom von Archimedes, dass jede Zahl kleiner gleich ist wie ein gewisses natürliches Zahliges Vielfaches von der 1. Ja, zwei ganz unterschiedlich aussehende Theorien. Auch von der logischen Art hier unterschiedlich aussehen, weil hier in den Axiomen brauchen wir so eine unendliche Dissunktion. Das haben wir hier nicht, das sind nur lauter Gleichheiten. Aber trotzdem, die beiden Theorien sind Morita-equivalent. Und sie liefern Anlass zum selben Tropos von Garten. Ich hätte ihnen nicht Kategorie schreiben sollen, sondern... Sondern... Ne, war okay. Also Theorie, der wäre noch besser gewesen und dann meine ich die klassizierenden Tropoi. Aber Olivia hat dann später noch was gezeigt, was ich gleich sage und deswegen war es dann doch okay. Was sind Konsequenzen davon? Konsequenzen davon sind zum Beispiel, dass es eine 1-zu-1-Beziehung gibt zwischen den Punkten von dem einen Tropos und den Punkten von dem anderen Tropos. Und was sind die Punkte von dem einen Tropos? Das sind genau die MV-Ärgebren. Was sind die Punkte von dem anderen Tropos? Das sind genau die Absolut mit starker Eifheit. Das heißt, es gibt eine Kategorien-Equenz zwischen der einen Kategorie und der anderen. Das war auch schon früher bekannt. Und Olivia hat sich dann gedacht, vielleicht steckt er hinter dieser Kategorien-Equenz noch mehr. Und hat versucht, die auf Tropos-Niveau zu liften. Hat sie zusammen mit einer Co-Autorin gemacht, deren Name mir leider wieder entfallen ist. Aber das hat halt jetzt noch mehr Konsequenzen. Zum Beispiel, dass es auch eine 1-zu-1-Beziehung gibt zwischen, wenn ihr irgendeinen Tropos E habt, dann gibt es eine 1-zu-1-Beziehung zwischen dem geometrischen Morphismus von E in den einen Tropos und von E in den anderen Tropos. Und gehen mit dem Morphismus von irgendeinem Tropos E in so einen klassifizierenden Tropos. Die haben hier eine anschauliche Interpretation. Die entsprechen genau den Modellen von dieser Theorie in dem Tropos E. Das heißt, wir wissen jetzt, dass es nicht nur eine Equenz gibt zwischen der Kategorie der M4-Ageberin in Z und der Kategorien-Archischen Gruppenstärkeinheit in Z, sondern auch zwischen der Kategorien-Archischen Gruppenstärkeinheit in Z, und der Kategorien-Archischen Gruppenstärkeinheit in jedem Tropos E. Nur als ein Beispiel. Und dann zieht Olivia los und hat noch viele weitere Konsequenzen davon untersucht. So, das waren zweites Beispiel für die Brücke. Eines, wo es viel, also wo die einzelnen Sachen augenscheinlich viel weniger miteinander zu tun haben. Anders als hier, wo zumindest die ersten viel sieben irgendwie alle recht ähnlich waren in irgendeinem Sinne. Errolida hat hier übrigens auch gezeigt, dass diese beiden Theorien nicht biinterpretierbar sind. Das heißt, es kann keine Hoffnung geben, den gemeinsamen Wesenskern von diesen Theorien zu erfahren, der nicht als Bindeglied die Topoi drüber verwendet. Die sind syntaktisch wirklich nicht in Beziehungen zueinander zu setzen. Ich will euch noch ein Theorem anstreiten. Ich habe noch eine Frage. Wie war das das, was gebraucht wurde für, ich habe es vergessen? Für Waschmaschinen. Für was? Für Waschmaschinen. Nein, in der Mathematik. In der Mathematik. Ich dachte, du freust dich hier über ein Reichstil im echten Leben. Was für La Forche oder so? Ach der, was kann ich gemacht? Ja, kann selbst sein, ja. Ich kann euch noch eine Definition geben und dann eine Theorien dazu. Definition. Eine geometrische Theorie T ist genau dann von Prägabentyp, auf Englisch heißt das auf der Pre-Schlief-Type, falls folgende beiden Topoi-Symane gewählt sind. Erstens, ich nehme den klassizierenden Topos der Theorie. Zweitens, ich nehme den Topos der Prägaben. Das heißt einfach Funktoren von der Kategorie, die ich jetzt da hinschreibe, hoch, ob, nach z. Also triviale Bedeckung, ja. Und jetzt was denn? Ich nenne hier die Modelle. Und zwar die Modelle von der Theorie T. Und zwar die Modelle in Z. Und jetzt nehme ich nicht alle Modelle, sondern nur die endlich präsentierten FP. Und dann brauche ich noch eine Off. Also das ist insgesamt hier eine Kategorie und davon eine duale Kategorie. Also wir haben schon definiert, was ein Modell von der Theorie T in Z ist. Ich müsste jetzt noch definieren, wann man ein solches Modell endlich präsentiert nennt. Für die, die das wissen, das ist die Standarddefinition von einem anderen Objekt. Von der Präsentation heißt es in der Kategorie und Ringtheorie. Wenn der Hornpunkt nur aus dem Objekt raus mit beliebigen filtrierten Kohlimiten vertauscht. Ist aber auch egal, ich will euch ein paar Beispiele nennen. Im Sinne dieser Definition ist zum Beispiel ein Modell der Theorie der Ringe, das heißt ein normaler Ring, genau dann endlich präsentiert, wenn er im Sinne der Allgemeine endlich präsentiert ist. Oder wenn T die Theorie der Gruppen ist, dann heißt ein Modell von T in Z oder in Gruppe, genau dann endlich präsentiert in dem abstrakten Sinne, wenn es eine endlich präsentierte Gruppe ist, im normalen Sinne. Oder noch ein witziges Beispiel. Wenn wir die Theorie T so machen, dass ihre Modelle genau die Mengen im Z sind. Also dass ihre Z-wertigen Modelle genau die Mengen sind. Dann würde so eine Menge genau dann endlich präsentiert heißen, wenn sie endlich ist. Und zwar endlich in dem Sinn, wie vorhin erklärt bei der Galois-Theorie, das heißt in die Direktion stehend zu einer Menge der Form 1,2 bis N. So, also das ist eine Definition. Das ist keine syntaktische Definition, sondern eine semantische. Weil hier nur noch der fertige Topos eingeht. Und jetzt ist natürlich eine gute Frage, wie man eine Theorie T ansehen kann, dass sie von prägarem Typ ist. Und dafür gibt es diverse Kriterien. Und noch eines, was man sehr häufig verwendet hat, will ich euch anschreiben. Also, Algebraische Theorie sind von prägarem Typ. Was ist eine Algebraische Theorie? Das heißt, dass die Aktionen nur von folgender Form sind. Top bedingt im Kontext von so viele Variablen, dass irgendein Term gleich irgendein anderer ist. Die heißen Algebraisch, diese Arten von genetischen Theorien, weil ihre Modelle oft in der Algebraisch stehen werden. Zum Beispiel halt die Theorie der Ringe ist Algebraisch. Die Theorie der Gruppen ist Algebraisch. Die Theorie der Rektoräume ist Algebraisch. Etwas, was nicht Algebraisch wäre, wäre die Theorie der Körper. Denn da hat man das Axom drin, oder ein ähnliches Axom, das jedes Element Null oder in der Tierbrechstordnung hat im oder drin. Das fällt hier raus. Hier sind die Axome wirklich nur von dieser Form. Also, auf jeden Fall, die sind immer von prägarem Typ. Heißt diese Form, war das Maximum oder wie heißt die? Gleich? Ich nenne die Algebraisch. Okay, stimmt. Und das Theorem ist ganz gut, dass wir das jetzt haben, weil das schließt eine Lücke, die wir genau noch hatten in der Vorlesung. Nämlich, wir haben auch den genetischen Ring diskutiert. Und auch den genetischen lokalen Ring und hatten da Konsequenzen und blablabla. Die tolle OBDAs. Die Frage ist nur, woher wussten wir, dass das, was ich heute als genetischen Ring verkauft habe, wirklich der genetische Ring war? Das folgt nur durch dieses Theorem. Also, der klassifizierende Tropos, der Theorie der Ringe, ist genau der Prägaben-Tropos über der Kategorie der endlich präsentierten Ringe. Also insgesamt sind die Objekte da drin, das sind der Faktoren, insgesamt sind die Co-Variant von endlich präsentierten Ringen nach Z. Weil sich die beiden Kontrast schützen. Gut, und das ist gut zu wissen, weil es gab mal eine Übungsaufgabe, wo wir dann hier damit rumgetan haben, um Eigenschaften vom generischen Ring herauszufinden. Aber nur dank dieses Beispiels, was eben von den Theorien her kommt, wissen wir, dass dieser Tropos eine interessante Bedeutung hat. Das ist nämlich genau die klassifizierende Tropos von der Theorie der Ringe. Wenn man eine Quotiententheorie hat, dann wird die oftmals nicht wieder von dieser Form sein. Zum Beispiel, wenn wir das Axiom dazu nehmen, dass der Ding lokal ist, dann haben wir wieder ein Oder. Aber dann wird es halt eine Quotiententheorie sein, außer dem Untertropos davon. Und in Kapitel 3 hätten wir gesehen, dass Untertoppe einfach dadurch entstehen, dass man den Situs verfeinert, dass jetzt mehr Familien als überdeckend gelten. Und welche man dazu nehmen muss, das kann man einfach ablesen aus den neuen Aktionen, die man dazu getan hat. So, dass das immer noch sehr konkret ist, was dann der entstehende klassifizierende Tropos ist. Also das ist ein gutes Theorem hier, weil man dann eine konkrete Beschreibung von dem klassifizierenden Tropos hat. Ende von Abschnitt 4. Ich frische mal die Tafel, eine Pfanne, schnell die Ecke und ans geht's weiter. Ich glaube jetzt haben wir anderthalb Stunden durch, oder? Dann wählt mal raus, was ihr davon jetzt hören wollt. Und danach spreche ich einfach noch so in die Kamera und niemand muss hier sein. Fünf, sechs oder sieben, was interessiert euch? Ja, dann musst du jetzt eins nehmen. Fünf oder sieben. Sieben. Okay, die Linu und Gödel. Viele Leute denken, das sind zwei verschiedene Personen. Die eine hat einen öhenen Namen, die andere nicht. Aber wir lernen jetzt, dass das nicht ganz stimmt. So. Okay. Im Schnelltestgang, was brauchen wir dafür? Definition. Eine Örtlichkeit x hat genügend viele Punkte. Das ist die Definition jetzt. Das heißt, genau dann. Als. 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 zwei Offen und DeGaufel ist, Sie haben von der Stweh etwas abgelöstet. Für je zwei Offene, Two und V. Aus dem und dem soll schon folgen, dass u gleich v ist. Und bei genügend vielen Punkten sollte man ausdrücken, dass schon Punkte genügen, um festzustellen, ob zwar offene Gleich sind. Für alle Filter, vollständig primen Filter, das waren ja genau die Punkte bis auf kanonische Objektion. Und jetzt schreibe ich hin, dass der Punkt f in u liegt, equilent dazu, dass der Punkt f in v liegt. Das sieht mir ein bisschen komisch aus, weil das ist jetzt genau anders formuliert. Ich hätte erwartet, dass ich groß f nach links schreibe, weil ich ausnehme, dass der Punkt im Offen liegt. Aber ihr wisst, das war halt, das hatte halt so einen kleinen Twist drin, ein Punkt von der Öffentlichkeit ist eine Ansammlung von ganz vielen Offenen, anschaulich von denjenigen Offenen, die den Punkt umfassen. Aber das war nur eine Anschauung. Die Definition ist eine Ansammlung von Offenen und dann muss ich das schreiben. Also was hier in eckigen Klammern steht, ist die Aussage, dass u und v eben genau denselben Punkt liegen. Und wenn man jetzt folgern kann, dass u gleich v ist, dann heißt die Öffentlichkeit, dass sie genügend viele Punkte hat. Und ein Beispiel wäre L von x für einen typologischen Raum x. Solche Öffentlichkeiten haben immer genügend viele Punkte. Was mich überraschend ist, denn was sind Offene von L von x? Naja, das sind offene Teilmengen und zwei Teilmengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente haben. So kommt das los. Gut, und dann lasst mich noch eine Position hinschreiben. Folgende Aussagen über eine Öffentlichkeit x sind equivalent. Erstens x haben viele Punkte. Zweitens, es existiert eine Syriektion von irgendeiner Öffentlichkeit y nach x hinein. Wobei y eine Öffentlichkeit mit dem Fühlpunkt ist. Und lasst mich noch eine dritte Sache dazu schreiben. Okay, das ist halt etwas dazu, was ein bisschen kryptisch ist. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch da reinfuchsen und das nacharbeiten. Die Familie der Puporen f hoch minus 1 und damit hat das über x nach z. Wobei f über alle theoretischen Morphismen von z in den Gabenhaus läuft. So, diese Familie ist gemeinsam konservativ. Okay, ganz kurz zur Begriffsbildung, Begriffsklärung. Was heißt eine Syriektion? Das soll ja hier ein Öffentlichkeitsmorphismus sein. Ein Öffentlichkeitsmorphismus ist ja aber gar keine Abbildung. Deswegen können wir Syriektion eigentlich gar nicht sagen. Das bedeutet aber auch, dass der Begriff Syriektion wieder frei ist und neu belegt werden kann für eine andere Definition. Und zwar ist die Definition die, ein Morphismus von Öffentlichkeiten heißt genau dann Syriektiv, wenn der zugrunde liegende Morphismus von Rahmen, der ja in die andere Richtung geht, wenn der injektiv ist. Gut. Das drückt dann aber genau die Intuition aus, die man an den Syriektiven, stetigen Morphismus stellt zum Beispiel. Und das sagt eben aus, eine Öffentlichkeit hat schon dann genügend Punkte, wenn sie überladert werden kann, überdeckt werden kann von einer Öffentlichkeit, die ihrerseits genügend Punkte hat. Und dann ganz kurz die dritte Sache. Also, ihr wisst ja, Gemischmorphismen von Z nach Schiedrich haben auch einen Namen. Das sind die Punkte von diesem Tropos. Die stehen auch in 1-zu-1-Beziehungen mit den wörtlichkeitsphilischen Punkten von X. So, und jeder so gemischem Morphismus ist ja gegeben durch so einen Punkt in die andere Richtung, der dann noch einen Atomierten hat und noch Polymiten waren. So, und wenn die gemeinsam konservativ sind, dann hat eben die Öffentlichkeit auch genügend Punkte. Was heißt gemeinsam konservativ? Das heißt hinreichend dafür, dass irgendein Morphismus in dem Gabentropos ein ISO ist. Hinreichend dafür soll schon sein, dass er ein ISO ist nach Anwendung von all diesen Funktoren Epoch minus 1. Und für die, die es irgendwie wissen, der hat eine klarere Schreibung noch dieser Punkt dort. Der bildet mich F ab auf dem Halm der Egarbe F. Halm von F am Punkt F. So, wie auch immer. Das ist die Proposition, ja? Das war Röffentlichkeit. Und jetzt ist die Frage, gibt es ein gutes Kriterium dafür, wann eine Röffentlichkeit genügend Punkte hat? Und das gibt es. Das ist das Terin von Delin. Und das könnt ihr auch leicht für Popoi probieren, statt für Öffentlichkeit. Definition. Ein Topos E hat genau dann genügend viele Punkte. Und jetzt schreiben wir einfach die Sache bei drittens von eben ab. Nur für Topol jetzt umgekehrt. dann, falls die Familie der Funktoren F minus 1 von E nach Z, wobei F über alle geometrischen Morphismen F von Z nach E läuft, falls diese Familie gemeinsam konzentriert ist. Ich will euch erklären, was so das besonders Geile daran ist, wenn ihr einen Topos den Geilpunkt hat. Damit ihr dann das Terin von Delin wertschätzen könnt. Und damit wir dann die Verbindung zu Gödel sehen. Und zwar übrigens nicht zu Gödel 1 oder zu Gödel 2, sondern zu Gödel 0, also seinem vollständigen Versatz. Bemerkung. Also was hilft das? Sei T eine geometrische Theorie. Sei Pi bedingt C eine geometrische Sequenz über T. Die gilt oder vielleicht nicht, also die abläppbar ist oder vielleicht nicht abläppbar ist. Der war schon. Ich will bisher nur die Sequenz einfach nachdenken. Okay, und dann haben wir folgende Resultate. Alle bis auf eine Sequenz schon bekannt. Und zwar T beweist, wie sie kennt es. Diese Tatsache, dass T das beweist, sich blend zu einer anderen Sache. Nämlich das in den klassifizierenden Topos, das da gilt. Das folgt aus dem Omnibus-Theorem für klassifizierende Topoi. Anders gesagt, ein bisschen einträgsamer formuliert, die Sequenz gilt für das generische Modell. Gut. Erst noch eine gute Formulierung, nämlich die Sequenz gilt für alle Modelle in allen großen Modellen. Das ist jetzt auch noch nichts Neues. Denn wenn ihr wisst, dass die Theorie das beweist, dann gilt es halt für alle Modelle. Und umgekehrt, wenn es wirklich für alle Modelle gilt, dann gilt es ja auch für das generische Modell. Und für das generische Modell gelten genau die geometrischen Sequenzen, die halt die Theorie beweist. Das heißt, bisher ist nichts Besonderes dran. Das Besondere kommt jetzt gleich. Und dieses Besondere, das wird nur dann funktionieren, wenn der Gaben-Tropos, das System-Tropos, dann denke ich, wie viele Punkte hat. Gut. Nur bevor ich das hinschreibe, will ich gerade nochmal ein bisschen die Wertschätzung steigern für die Sequenz zwischen dem Ersten und dem Dritten. Okay. Und zwar erinnert euch an Wüthels Vollständigkeitssatz. Der hat mit irgendwelchen Voraussetzungen besagt, dass eine Sequenz genau dann ableitbar ist, wenn sie in allen klassischen Modellen stimmt. Das Hinreichende für Abdeckbarkeit ist sicherlich nicht, dass sie in meinem Lieblingsmodell von PR, den natürlichen Fernseher, stimmt, weil es ja noch ganz viele andere Modelle gibt. Aber wenn man weiß, dass eine Sequenz in allen klassischen Modellen gilt, dann hat Gödel Null gesagt, das hat er ja in seiner Masterarbeit gemacht, dann besagt Gödel Null, dass die Sequenz dann ableitbar ist. Okay. Und die Sequenz zwischen Erstens und Drittens, die geht in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Hier oben steht nämlich die Theorie, sagt es, die Theorie sagt nur, um das abzuleiten. Und hier steht, die Sequenz gilt in allen Modellen. Nur, anders als Gödel Null ist das, das sind diese ersten beiden Influenzen, wenn man das alles aussiegt, noch eine Trivialität. Denn Gödel Null hat nur über klassische Modelle gesprochen. Hier aber erlauben wir Modelle in beliebigen Taubräumen. Und das ist halt eine starke Fallgemeinerung. Insbesondere lassen wir dann halt auch das generische Modell zu. Und für den ist es recht trivial, dass genau die gemischten Sequenzen für das generische Modell gelten, die auch ableitbar sind in der Theorie. Das heißt, die Aussage, die Grenze zwischen Erstens und Drittens, die geht in die Richtung vom Gödel Null- und Vollständigkeitssatz. Aber ist eigentlich noch eine triviale Version davon. Anders sieht die Sache aus, wenn der Propos genügend viele Punkte hat. So, dann kann man eben sich überlegen, was das genau bedeutet. Und man muss das ein bisschen auswachsen. Und teilweise übersteigt das die Kategorien, die wir hier voraussetzen sollten in der Vorlesung. Aber ihr könnt das machen, wenn ihr wollt. Und dann kommt Folgendes raus. Die Sequenz gilt für alle Modelle im Set. So, und das ist jetzt eine nicht triviale Aussage. Dass schon die Modelle in Set genügen, um zu detektieren, ob die Sequenz ableitbar ist. Das ist jetzt genauso eine Aussage im Stile von Gödel Null. Semantische Vollständigkeit. Nur weil es in allen Modellen im Set gilt. Heißt automatisch dann schon, dass es von der Theorie update wird. Nochmal Gödel Null. Für welche Theorien hat Gödel das dann heute gezeigt? Wir hatten das gezeigt für Theorien über einer abzählbaren Signatur. Okay. Genau, das ist auch einer der Hauptunterschiede zu dem, was wir gemacht haben. Ich habe auch noch nicht die Linie angeschrieben. Aber hier haben wir ja immer so gemäfische Theorien, die insbesondere ganz große Vereinigungen unterstützen. Das haben wir damals nicht erlaubt. Erlaubt waren nur binäre Odors und binäre Odors. Der Gödel Null gilt schon allgemeiner. Du kannst auf Wikipedia zum Beispiel nachlesen, die ja allgemeiner noch gilt. Man kann zum Beispiel die Voraussetzung, dass die Signatur abzählbar ist, abschwächen, zu die Signatur ist wohlgeordnet. Weil wenn du dich an den Beweis erinnerst, da musst du also Schritt für Schritt was machen. Und das ging halt gut, was abzuhören. Dann haben wir gesagt, ich gebe mir das halt für die Null, dann die erste, dann die zweite Sache. Aber bei einer Wohnordnung geht das genauso gut. So, und wenn du klassisch drauf bist, wenn du einen klassischen Tag heute hast, dann ist ja jede Menge wohl geordnet. Und dann gilt Gödel Null, also nochmal ein deutlich gewisseres Allgemeiner. So, ich sag' euch jetzt, was das Theorien von Guilin gesagt. Das gesagt, die klassifizierenden Popoi von kohärenten Theorien haben genügend viele Punkte. Achtung, das Theorem ist kein Theorem. Das braucht eine Zusatzvoraussetzung. Nämlich, das braucht das Außenaktion auf die Null. Was ist eine kohärente Theorie? Das ist ein anderer Spezialfall von gemischter Theorie, so wie die algebraische Theorie von dem Spezialfall war. Nämlich folgende. Es darf eine ganz normale gemütliche Theorie sein, mit einer Einschränkung. Keine großen Oders. Keine unendlichen Distjunktionen. Nur endliche erlaubt. Ja? Also endliche Distjunktionen okay, aber unendliche nicht. Okay. Da hast du gesagt, das Beispiel. Die Theorie der Ringe ist kohärent. Denn wenn ihr euch die Ringaxome anschaut, da kommt sogar kein einziges Oder vor. Die Theorie der lokalen Ringe wäre auch kohärent. Da kommt zwar ein Oder vor, aber ein binäres Oder ist in Ordnung. Die Theorie der Körper wäre auch okay und so. Also wirklich sehr, sehr viele Theorien sind kohärent. Was können wir daraus folgern? Also folgt mit dem Auswachsum auf der Mitterebene. Genau dann ist eine geometrische Sequenz in der Sprache der Ringe. Ableibbar, wenn sie für alle der Ringe in Z stimmt. Denn das sind genau die Modelle der Theorie der Ringe im Toppo Z. Das bedeutet hinreichend dafür, dass eine geometrische Sequenz für alle Ringe in allen Toppoi gilt, ist schon, dass sie für alle Ringe in Z gilt. Weil wenn sie für alle Ringe in Z gilt, dann ist sie ableitbar aus der Theorie. Und damit, weil jedes Modell ja all diese Konsequenzen von der Theorie mitmacht, fehlt es dann für alle Modelle in allen Toppo. Und ich glaube, jetzt habt ihr eingesehen, inwieweit Dielins Satz hier derselbe Satz ist wie der Satz wie Gödel Null. Beide sagen, hinreichend dafür, dass irgendwas ableitbar ist, ist, dass es in allen mengenwertigen Modellen gilt. Die Unterschiede zwischen beiden Theoremen liegen nur in den Details, nämlich auf welche Art von Theorien die sich beziehen. Hier sind es halt geometrische Theorien, solange keine zu großen Oders vorkommen. Und bei Gödel Null hatten wir halt noch gar nicht diese Begriffsbildung mit geometrischen Theorien usw. Da war es noch dieses klassische Bild. Aber ansonsten sind die genau gleich. Ich habe mir leider wieder den Namen nicht aufgeschrieben, aber es gibt ein Paper und ich empfehle euch selber es anzuschauen. Das Paper heißt Benjamin Flott, glaube ich, von dem steht das. Die Linz Theorem und Gödel's Confidence Theorem. Das Paper stellt auch nochmal die beiden Theoreme vor und nochmal in Ruhe. Und erklärt dann, inwieweit die Influenzen sind und macht das noch ein bisschen präziser. Also sehr, sehr schön. Zwölf Seiten oder so kann man durchlesen. Der Linz Satz wird routinemäßig in der Alperastmetrie eingesetzt. Da baut man sich halt viele Topoi, um irgendwelche Kommunikietheorien zu entwickeln. Und dann ist das Erste, was man immer macht, ist herauszufinden, dass die Voraussetzung erfüllt ist. Und dann eben zu wissen, Autolaxom ist kein Problem für die meisten Anfabraschenden, dass der Topos nicht viel Punkte hat. Und fortan kann man dann eben Isos halmweise testen. Das Theorem ist sogar dann gut, wenn man nicht genau weiß, wie die Punkte eigentlich aussehen, welche es da gibt. Wenn man davon nur eine grobe Vorstellung hat, weil es immer noch besser ist, irgendwie was punktemäßig zu testen als direkt für die Gaben. Das Theorem gibt es nochmal in einer leicht anderen Variante, sodass man das Theorem auch dann anwenden kann, wenn man auch gar nicht weiß, welche Theorie der vorliegende Topos klassifiziert. Der Satz hier heißt dann auch so, kohärente Topoi haben viele Punkte. Jetzt, wo ich das Theorem wertzusetzen habe, will ich es noch ein bisschen runter machen wieder. Nämlich, ich will noch kurz ein bisschen absprechen, wie toll dieser Satz hier ist. Also, wenn man das Ausfallaktion akzeptiert in der Metasprache, und nur dann gibt es ja das Theorem hier, dann ist diese Influenz hier eine sehr, sehr schöne Influenz. Weil man einfach für Ringe in Z viel mehr Möglichkeiten hat, als für Ringe in irgendwelchen Topoi. Denn in Z gilt ja dann auch das Ausfallaktion, nach Metervoraussetzung, aber in irgendwelchen Topoi, in deren internen Sprache, gilt es dann weiterhin nicht. Das ist dann weiterhin ein großer Zufall. Allein schon, dass die interne Sprache von etwas Buhlisch ist, ist ein großer Zufall. Also, wenn man das Ausfallaktion in der Metasprache akzeptiert, dann ist das ein sehr, sehr schöner und wichtiger Satz. Weil man einfach für Ringe in Z mehr zu fühlen hat, als für Ringe in anderen Topoi. Wenn man aber das Ausfallaktion in der Metasprache nicht akzeptiert, dann ist diese Influenz, auch wenn sie, egal ob sie wie oder nicht wird, die ist auf jeden Fall dann gar nicht so toll. Denn wenn man konstruktive Meta-Logik verwendet, dann gibt es gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Ringen in Z und Ringen in beliebigen Topoi. Weil für einen Ring in beliebigen Topos, da kann ich ja die interne Sprache mit dem Topos verwenden, dann kommt er mir wieder vor wie ein Ring, der aus Elementen besteht. Und wenn ich sowieso nicht das Ausfallaktion und klassische Logik verwenden darf, weil ich mir das verbiete in der Meta-Logik, dann gibt es keinen großen Unterschied mehr für echte Ringe in Z und Ringe in anderen Topoi, wo ich nur so tue, als ob sie aus Elementen bestehen, weil ich die interne Sprache verwende. Das heißt, dann ist das Theorem ein bisschen weniger anwendet. Gut, das war die Linien gleich Dödel. Habt ihr dazu Fragen? Gut, also ich würde jetzt ein paar weitermachen, aber ihr könnt sehr gerne mitgehen, wenn ihr gehen wollt. Dann lassen wir die Kamera eingestellt auf eine Tafel und ich mache es mal wieder rein. Da bringt mich auch niemand raus. Ja, Daniel? Nichts, nein. Aber wenn ihr sitzen beim Volk, dann bleibt natürlich sitzen und sagt mir, was ihr als Gutes sehen wollt. Effektiver Topos, alles klar? Das geht auch ganz schnell, das sind ein paar Stichpunkte, die ich verraten will, weil wir, ohne das ganz explizit gesagt zu haben, eigentlich eine ganze Klinik zum effektiven Topos gesehen haben. Das geht auch ganz schnell. Das geht auch ganz schnell. Das geht auch gar nicht. Fünf Rats. Der ein vierter Pass. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Okay, also nur so die drei, vier wichtigsten Dinge, die es über diesen Tropos zu wissen gibt. Erstens, also dieser Tropos heißt F, die hat eine kleine Sprache wie jeden Tropos, wie jeder Tropos, und man kann sich fragen, was die dann eigentlich bedeutet. Und da kommt folgendes raus. Nämlich, Cluster. Also eine Aussage gilt in der internen Sprache, im effektiven Tropos genau dann, wenn die Aussage realisiert wird. Und über das hintere haben wir uns ja ausführlich Gedanken gemacht. Ich war extrem happy, als ich das hier erkannt habe. Das schreiben die Leute irgendwie nie so super explizit hin. Aber es ist auch nicht schwer zu sehen. Das ist jetzt keine starke Sache. Aber ich war trotzdem sehr glücklich, als ich das gesehen habe. Denn die Konstruktion von dem effektiven Tropos, die ist ein bisschen kompliziert. So kompliziert, dass ich viele Jahre Angst vor ihr hatte und mich nicht getraut habe, diese vierseitigen Konstruktion durchzulesen. Obwohl sie in Wahrheit auch nicht so schlimm ist. Die Konstruktion funktioniert ganz grob so, um das noch fertig zu machen. Also die Konstruktion ist zwar kompliziert und die versteht man vielleicht nicht auf Anhieb. aber die interne Sprache, die kann man trotzdem sehr gut verstehen, weil die ist ein realisiver Konstruktion. Die Konstruktion von FC Source startet mit der Kategorie der Assemblies, die eine sehr konkrete informatische Bedeutung auch hatte. Das ist die Kategorie der Datentypen oder weniger. So und jetzt vervollständige Modition Topos. Das Problem ist halt, der Kategorie ASM mangelt es an gewissen Sachen, die es im Topos immer gibt. Zum Beispiel gibt es in jedem Topos so ein Groß-Omega, den Unterobjekt-Klassifizierer. Und den gibt es halt in ASM nicht. Und eine andere Sache, in jedem Topos, da kann man sehr gut Co-Limiten immer bilden. Man kann immer Äquivalenz-Relationen rausteilen. So fühlt sich das dann an, aus Sicht der interne Sprache. Das geht aber in ASM zunächst nicht. Und das ist auch etwas, was sich in der konkreten Programmierarbeit oft äußert. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Suchbäume implementiert oder sowas. in einer eurer Lieblingsprogramme Sparte. Dann habt ihr vielleicht einen Datentypen Map oder sowas für diese Suchbäume. Und dann ist es vielleicht so, dass es verschiedene Darstellungen für dieselbe Liste von Elementen gibt als Suchbäume. Der Supom könnte idealerweise balanciert sein, aber er könnte vielleicht auch irgendwie links schief sein oder rechts schief sein. Also es kann sein, dass es verschiedene Darstellungen gibt. Und ihr wollt dann aber garantieren, dass diese verschiedenen Darstellungen nie zu semantischen Konsequenzen führen. Dass zwar das Programm vielleicht schneller läuft, wenn der Supom balanciert ist und langsam, wenn er unbalanciert ist, aber trotzdem genau dieselben Ausgaben kommt. Ihr wollt also sicherstellen, dass jemand, der euren Datentyp verwendet, dass der nicht irgendwie reinschauen kann, in wie konkret die Daten dann angeordnet sind in dem Baum. Sondern, dass er immer diese Invariante respektiert, dass das eventuell nicht balanciert ist. Wie geht das in normalen Programmiersprachen? Na ja, zum einen hat man die Möglichkeit der Abstraktion, dass man einfach den Datentyp selbst nicht explodiert, es gibt nur Methoden, die auf den Zug greifen. Dann ist alles gut. Aber was machen die Programmierer von dem Modul selbst? Die haben nicht die Möglichkeit, Abstraktion zu erfüllen, weil sie müssen ja das programmieren. Überhaupt erst die Zugang des Methoden programmieren. Und was ist da die einzige Möglichkeit in menschlichen Sprachen? Man muss einen sozialen Vertrag errichten. Man muss einfach einen Kommentar dazu schreiben bei der Definition des Datentyps, wenn man dazu schreibt, Achtung, die Darstellung ist nicht eindeutig, bitte behaltet das im Hinterkopf. Aber es ist nur ein Kommentar, die Programmiersprache entforst das nicht. Wie würde man das entforcen? Man würde einen Quotientendatentyp anlegen, wo zwei Werte eben genau dann gleich sind, wenn sie sich nur um eine Rebalancierung unterscheiden, um ein Beispiel zu nennen. Aber so Quotientendatentypen gibt es in den wenigsten Programmiersprachen. Und genauso gibt es auch wenige Quotientenobjekte in der Kategorie der Assemblies, in dem Topos aber schon. Und bei diesen Vervollständigen kommt es halt dazu. So. Gut. Ähm. Könnt ihr nachlesen, wie das geht. Es gibt, ähm, es gibt zwei, drei gute Einführungen zu effektiven Topos. Gut. Und. Auch wichtiger Konflikt. F ist kein Grund in die Topos. Also nicht von der Form Schiefs auf C für einen Situs C. Und wir in unserer Vorlesung, das ist so ein bisschen peinlich, aber wir in unserer Vorlesung haben nie wirklich definiert, was ein Topos ist, nur was ein Grotendieptopos ist. Also ganz offiziell würde der völlig raustanzen aus dem Jurist, das wir auch gezogen haben. Ja. Aber tatsächlich eben der heftige Topos ist, ähm, das Standardbeispiel für einen sehr interessanten Topos, der kein Grotendieptopos ist. Was sind andere Beispiele für Topoi, die keine Grotendieptopos sind? Erstens, der effektive Topos hat noch Varianten. Zum Beispiel kann man auch Supertrue-Maschinen, aber nicht Statue-Maschinen, in seiner Konstruktion. Das ist ja eben von der Oben hier dann nach wie vor, wo man dann halt hier das Supertrue-Maschinen nimmt. Und zweitens, man kann Topoi auch miteinander verkleben, so wie man Räume miteinander verkleben kann. Und jetzt kann ich zum Beispiel einen Grotendieptopos nehmen, also einen Grotendieptopos, und den dann entlängst von irgendwas verkleben mit einem Topos, der kein Grotendieptopos ist. Dann kommt insgesamt ein größerer Topos raus. Und in den seltensten Fällen wird der insgesamt wieder ein Grotendieptopos sein. Okay, geht noch ein bisschen stärker hier. Es gibt nicht einmal einen geometrischen Morphismus von F nach Z. Für jeden Grotendieptopos gibt es so einen Morphismus nach Z, und zwar auch im Wesentlichen genau einen, bis auf Isomorphie. Aber so viel gibt es halt keine. Und jetzt noch zwei sehr schöne Dinge. Und zwar kann man ja Untertopper bilden. In Kapitel 3 eben hätten wir das gehandelt. Und zwar kann man, genauso wie man von der Örtlichkeit bilden kann, wenn man einen Kern zur Verfügung hat, kann man einen Untertopos bilden. Und man kann insbesondere als Kern, das heißt dann Loviatörne-Topologie, die Doppelnegation verwenden. Okay? Gut. Also das ist ein gewisser Untertopos von F. Das ist der kleinste, dichte Untertopos. Ja? In so einem kleinen, dichte Untertopos, da gilt immer klassische Logik. Außer Aktion noch nicht, aber zumindest Lem gilt dabei immer. Ja? Ja? Gut. Und was sich jetzt herausstellt, ist, dieser kleinste, dichte Untertopos, den kennt man schon. Nämlich, das ist einfach der Topos Z. Der ganz normale Topos der Menge. Damit das hier stimmt, brauchen wir wiederum eine klassische Mutative. Ich bin mir nicht ganz sicher, das sagen die Leute nie. Oder ich habe es nicht genau gesehen. Ich glaube, wenn die Meta-Logik konstruktiv sein soll, dann steht hier auch nicht Set, sondern dann würde der kleinste, dichte Untertopos von Set stehen. Also Set-Index nicht nicht. Aber klassische Meta-Logik, dann hätten wir das. Okay, und das drückt auf jeden Fall auch mit Slogan aus. Der Slogan wird dann offenbar, wenn ich euch noch an eine Sache aus Gebiete 3 erinnere. Nämlich, also sei ein Tropos E gegeben und sei so eine Loviatiene-Topologie, sowas wie ein Kern gegeben. Ich schreibe den als Nabla. Dann ist das also ein Untertopos. Und jetzt kann ich mich fragen, welche Formen in dem Untertopos gelten. Und jetzt kommt raus, so eine Aussage Phi gilt in dem Untertopos genau dann, wenn Phi hoch Nabla, die Nablaübersetzung aus Kapitel 1, in dem Obertopos gilt. Gut. Kann man durch Induktion über den Obertopos nicht die beweisen. Wie so vieles in dem dritten Teil dieser Folgen. Okay. Und damit habt ihr ein besseres Gefühl dafür, was in F nicht nicht gilt. Nämlich, das sind genau die Aussagen, die nicht nicht übersetzt in F gelten. Die nicht nicht übersetzt also realisiert werden. Und da hattet ihr ja schon früher gesehen, so eine doppelt negierte Aussage im Realisierbarkeitsmodell. Die hat nicht mehr viel mit Türkelmaschinen oder so zu tun. Sondern die drückt eigentlich nur noch auf, dass die Aussage selbst wahr ist. Aber nicht mehr, dass es einen konkreten Zeugen, einen Realisierbarkeitszeugen für sie gibt. Okay. Und diese Equivalenz hier, die bringt das eben auf den Punkt und powert ihn nochmal ein bisschen hoch, sodass es nicht nur über Aussagen geht, sondern auch über Objekte davon. Die Moral quasi davon, die man hieraus extremieren kann, ist, dass wenn man eigentlich effektiv arbeitet, also alles mit Türkelmaschinen macht, aber dann wieder vor alles nämlich nichts setzt, dass es dann genauso gut ist, wie wenn man im Topos der Mengen geblieben wäre. Und letztes Fun Fact zum effektiven Topos. Hier haben wir einen Untertopos vom effektiven Topos gesehen. Der hat noch viel, viel mehr. Zu jedem Turing-Grad gibt es einen Untertopos vom effektiven Topos. Was ist ein Turing-Grad? Informatikerinnen lernen ja recht schnell, dass es Probleme gibt, die für Türkelmaschinen nicht lösebar sind. Zum Beispiel das Halteproblem. So, dann kann man den Sand in den Kopf stecken oder weitermachen und sich dann fragen, in der Menge aller Probleme, in der Menge aller unlösbaren Probleme für Türkelmaschinen, welche Beziehungen gibt es da zwischen den Problemen? Ein bisschen präziser, man kann sich fragen, wenn man sich irgendein Orakel gönnt für irgendein unlösbares Problem, kann man mit Hilfe des Orakels dann gewisse andere Formen als unlösbare Probleme lösen. Triviales Beispiel, wenn man erlaubt einer Türkelmaschine ein Orakel zu befragen, ob irgendeine Türkelmaschine hält, dann kann sie danach das Halteproblem entscheiden. Und ein paar andere Probleme auch, aber immer noch nicht alle. Und so kriegt man eine Partialordnung von unlösbaren Problemen. Man halte dann auch eine Klenzrelation raus, dass zwei Probleme genau dann als gleich anzusehen sind, genau dann, wenn die Türkelmaschinen ausgestattet mit dem Orakel, um diese beiden Probleme zu lösen, genau dieselben Funktionen dann berechnen können. Und so eine Klenzrelation heißt auch Turingrad. Und der kleinste Turingrad ist halt der, der zum Halteproblem für normale Turingmaschinen gehört. Und das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Partialordnung, über die noch ganz wenig bekannt ist. Man weiß, es gibt so einen kleinsten Turinggrad. Man weiß, es gibt auch immer höhere Turinggrade. Das ist ganz leicht, die zu konstruieren, nämlich ich sage einfach, dass ich das Problem lösen will, das Halteproblem von Turingmaschinen, die einen Orakel haben, für vorher zu lösen. Und diverse andere Sachen sind auch noch bekannt, aber man hat noch nicht irgendeinen richtigen Überblick über die konzerte Partialordnung dieser Turinggrade. Und jedenfalls spiegelt sich das geometrisch wieder. Zu jedem so einem Turinggrad gehört ein bestimmter Untertropos von F. Ich weiß nicht, dass daraus, aus dieser Beobachtung, irgendwas Wichtiges entstanden wäre, aber ich glaube, es ist eine schöne Sache zum Wissen. So gesehen ist das da irgendwie die krasseste Form von Orakel, die es gibt. Dann hat man Lem, dann kann man jede Aussage entscheiden. Und in der Tat der Untertropos ist dann einfach der Topos-Set. Aber man kann eben auch vorher einfach nur ein paar Mal Orakel für das oder jenes dazu nehmen, und dann kommt andere Untertropos. Was ist noch der Vorteil gegenüber Revisibilkeitstheorie? Warum untersucht man den effektiven Topos anstatt nur Revisibilitätstheorie zu betreiben? Das sind ein paar Punkte. Ein sehr pragmatischer ist, die interne Sprache von einem Topos ist mächtiger als die Revisibilitätstheorie. Hier können wir auch über Teilmengen reden und so. Das können wir bei Revisibilität nicht. Und zweite Sache ist es schön, eine Vergegenständigung zu haben. Die Revisibilitätstheorie war nur so eine Übersetzungsvorschrift, aber F ist wirklich ein Objekt, das wir untersuchen können. Eine kleine Sache, die wir untersuchen können. Eine kleine Sache stelle ich mir nicht wie ein riesen Universum vor, sondern eine kleine Sache, wo ich gerne auch mal wechseln kann. Da ist es schön, das zu haben. Und so können Informatikerinnen dann auch sehr gut Vergleiche anstellen zwischen verschiedenen Modellen der Berechnung. Zum Beispiel Tool-Maschinen und Super-Tool-Maschinen oder auch Tool-Maschinen und Lampe-Kalküle und so, die immer als gleich gehandelt werden. Gleichwertig, aber bestimmt gar nicht die effektiven Topos zu Tool-Maschinen und Lampe-Kül, zum Beispiel die sind nicht-equivalent. Was ich auf Funktionen höheren Typs danach äußern. Ja, das war das, was ich so fühle. Jetzt da zu fallen. Gut, dann schreibe ich jetzt einfach noch Sechstens an. Unabhängigkeit der Continuum-Sypothese. Für deren Nachweis hat Cohen in den 70er-Jahren die Fließmedaille bekommen. Was besagt die Continuum-Sypothese nochmal? Wie gesagt, jede Teilmenge von R, die nicht abziehbar ist, also jede überabziehbare Teilmenge, ist gleich groß wie R selbst. Gleich groß heißt gleich mächtig, also steht in Bjektionen zu. Anders formuliert, wenn wir eine Kardinalzahl Kappa haben, die zwischen der Größe von N und der Größe von R sitzt, dann muss die schon eine von den beiden sein. Eine Kardinalzahl Kappa, die echt zwischen den Größen von den natürlichen Zahlen und der Größe der reellen Zahlen liegt, die gibt es nicht. So, und das war halt noch bis zu den 30ern und eigentlich bis zu den 70er-Jahren manchmal auch noch heute eine große Streitfrage. Stimmt CH oder stimmt CH nicht? Und was war denn da sozusagen? Gödel hat mir was gemacht. Gödel, den wir in 30er-Jahren sind. Gödel hat bewiesen, Das ist ja in der shake zu überwärtsweise, Beweist nicht CH. Und wie hat er das gemacht? Er hat ein Modell von ZFC angegeben, in dem CH halt nicht stimmt. Andersrum, gell? Genau. Dödel hat bewiesen, dass ZFC nicht beweist, dass die Negation von CH gilt. Wie hat er das gemacht? Er hat ein Modell von Mengelehrer angegeben, in dem CH eben doch stimmt. Daher kann es nicht sein, dass ZFC beweist, dass CH falsch ist, weil er am besten alle Modellen falsch ist. Aber in dem einen war es eben wahr. Und zwar hat er folgendes Modell angegeben, in Gödel's Modell, das heißt glaube ich oft L, von ZFC oder auch ZF, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie es Gödel gemacht hat. Ich will euch nur die grobe Idee hier vermitteln. Gödel's Modell L von ZFC gilt CH. Und wie ist das Modell L entstanden? Das kann man recht konkret noch hinschreiben. Und zwar kennt ihr ja die kumulative Hierarchie. Die fängt an, dass man die bewährermenge nimmt. Dann bildet man die Potenzmenge. Dann die Potenzmenge davon, Potenzmenge davon und so weiter. Jetzt ist man Anteil Omega angekommen, damit man auch die Vereinigung von allem, was man vorher hatte. Dann bildet man wieder für Tag Omega plus eins die Potenzmenge, 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 dann ist man dann Tag Omega mal zweiter, wieder Vereinigung und so macht man immer weiter. So, das wäre die kumulative Hierarchie. Und Gödel hat eine Teilmenge davon ausgeschnitten. Er hat nicht in ihrem Schritt die Potenzmenge gebildet, sondern nur die Menge derjenigen Teilmengen, welche definierbar sind durch eine Formel über der alten Stage. Das liefert immer noch ein riesengroßes Mengenuniversum, aber halt viel kleiner als die gesamte Hierarchie. Und während es für die gesamte Hierarchie so ein bisschen eine philosophische Frage ist, ob ch gilt oder nicht gilt, ist es für L ein Faktum, was man dann recht leicht einsehen kann, das in LCH gilt. Also, dass es dort keine Zwischenschüge gibt zwischen N und Gern. Dieses L heißt auch, dass Gödel's konstruierbares Universum kommt. Und unter diesem Stichwort findet ihr die präzise Definition. So, also Gödel hat bewiesen, dass ZDFC nicht beweist, dass TH falsch ist. Gut, dann könnte es ja immer noch sein, dass TH einfach stimmt. Das ist sogar ein erster Schritt hin im Beweis, dass CH ableitbar ist im ZDFC. Weil jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass die Migration nicht ableitbar ist. So, und das war in den 30er Jahren. Cohn hat dann in den 70er Jahren aber noch etwas gelegt. Er hat eine Methode gefunden, das sogenannte Forcing. Und mit der Methode hat er zeigen können, dass ZDFC auch nicht beweist, dass CH gilt. Insgesamt weiß man also seit den beiden Arbeiten, ca. 1930 von Gödel, ca. 1970 von Cohn, dass die Platonium-Psychotese unentscheidbar ist. Dass sie unabhängig ist. Dass sie unabhängig ist von Mengenlehrenaktionen. Und Mengenlehren streitet sich aus, was CH umgeht. Was finde ich dann eine recht eindrucksvolle Darstellung davon ist, dass Platonismus irgendwie schwierig ist. Weil eine Platonistin glaubt ja trotzdem, dass es Mengen gibt. Und sie glaubt, dass CH stimmt oder dass sie nicht stimmt. Aber niemand wird es jemals herausfinden können, ob CH wirklich stimmt oder nicht stimmt. Weil unsere Definition ist ja, dass jemand einen Beweis veröffentlicht in einer Zeitschrift. Und Zeitschriften akzeptieren nur Beweise in ZDFC. Und ZDFC kann sich beweisen und auch nicht widerlegen. Also irgendwie ist Platonismus komisch, nicht? Ja, wir müssen durch unsere platonische Anschau mehr Axiome erkennen. Ja. Und damit wir das beweisen oder widerlegen können. Ach so, ja, genau. Es ist auch so übrigens, also nicht dass jetzt denkt, Platonismus steht und fällt mit der Continuum-Psychotese. Ja, Platonismus, wenn man ein bisschen ehrlich ist, steht und fällt ja schon viel früher. Und nicht bei komplexen Aussagen über natürliche Zahlen. Da gibt es ja auch schon viele, die unabhängig von PR sind. Auch viele, die unabhängig von ZDFC sind. Haben wir auch kennengelernt teilweise. Also man muss gar nicht zu unendlich großen Mengen gehen, bis man zu so unentscheidbar unabhängigen Problemen kommt. Das ist schon viel früher. Übrigens die moderne, also wir machen jetzt noch was auf Böde und ich will auch grob skizzieren, wie Cohn das geschafft hat. Aber ich will euch noch kurz die sehr moderne Sicht auf CH vermitteln, die ich von Joel David Hamkins gelernt habe. Eindeutig bestimmt mit der Eigenschaft am meisten Karma auf nach Europa vorzuhaben. Weit mehr als eine Million. Der hat dieses multiversen Konzept entworfen. Dass er gesagt hat, irgendwie an ein Modell von Mengenlehre zu glauben ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Lass stattdessen die Gesamtheit aller Modelle ernst nehmen und schauen welche Beziehungen zwischen Modellen existieren. Und er sagt dann quasi so eine unabhängige Aussage wie CH ist dann verstanden, sodass man quasi nicht mehr weiterforschen muss an ihr. Wenn man genau weiß, wie sie sich in diesem Multiversum an Mengenlehre-Modellen verhält. Und er hat zum Beispiel den Begriff eines Schalters eingeführt. Eine Aussage heißt genau dann Schalter, wenn man zu jedem Modell von Mengenlehre ein neues Modell konstruieren kann, in dem sie stimmt. Und ein neues Modell konstruieren kann, in dem sie nicht stimmt. Das ist ein Schalter. Das heißt bei Schalter-Aussagen kann man sich nach Belieben entscheiden, ob sie stimmen sollen oder nicht. Weil man kann immer das Modell abändern, sodass es das tut oder nicht tut. CH wäre ein Beispiel für den Schalter. Wenn ich schon irgendeine Mengenlehre-Universum habe, kann ich eben dieses L bilden, dann gilt CH in dem neuen. Oder ich kann das machen, was jetzt gleich kommt, dann gilt CH nicht. Und dann gibt es auch Knöpfe. Knöpfe sind Sachen, die kann man einmal anschalten und dann bleiben sie für alle Zeit aktiv. Präziser, eine Aussage heißt genau dann Schalter. Wenn es zu jedem Modell von Mengenlehre ein neues Modell von Mengenlehre gibt, in dem die Aussage stimmt. Und sodass in allen weiteren Modellen, die man aus dem ausgehend bilden könnte, die Aussage immer noch stimmt. Das sind auch so Aussagen, die zwar anschaltbar sind, aber sobald sie einmal an sind, nie wieder ausschaltbar sind. Gut, und dann sagt er, lasst erkunden, welche Aussagen in der Mengenlehre Schalter sind, welche Knöpfe sind und welche Beziehungen es da noch gibt und so. Das ist sehr, sehr interessant. Hat auch einen schönen Foliemsatz dazu. Ich lade euch ein, wenn ihr schön in den Lied interessiert geht, den anzuschauen. Sucht einfach nach Joel David Hamkins und und sowas. Also nochmal ein Knopf. Also ich habe einen Knopf, kannst du sagen. Also ich fange mit ZF-C an. Mit irgendeinem Modell von ZF-C. Achso, mit einem Modell. Und dieses Modell selber heißt dann? Aussagen. Das können Knöpfe oder Schalter sein. Eine Aussage heißt genau dann Schalter, wenn für jedes Modell von ZF-C es ein anderes gibt, aus dem konstruiert, wo der Aussage stimmt und nochmal ein anderes, wo sie nicht stimmt. So wie man fixiert ein Modell dann noch. Ja, aber dann hat man wieder ein Quant davor. Okay. Also ein Knopf ist quasi, wenn du es wieder ein bisschen platonistischer machst, dann wäre es so, du befindest dich in irgendeinem Universum. Du kannst nie rausfinden, welches es genau ist. Aber du kannst zwei neue Universen erschaffen. In dem einen gilt die Aussage, in dem anderen nicht. Und wenn du möchtest, kannst du dann quasi in eines dieser beiden Paralleluniversen einsteigen. Und dann dort leben. Und beim Knopf ist es auch wieder so, dass du zunächst nicht weißt, in deinem Universum, ob die Aussage stimmt oder nicht. Aber du kannst die Aussage anschalten, im Sinne von, du kannst ein neues Universum bauen, in dem diese nicht stimmt. Und sobald du da drin bist, kannst du egal welchen neuen Universen du baust, die Aussage nie wieder ausschalten. Also neue Universen bauen, heißt neue Exome hinzunehmen? Nee, nee, das ist semantisch. Also neue Modelle betrachten. Achso, die ich in diesem Modell dann konstruiere, oder? Mhm. Ah, okay. Was wäre ein Beispiel für Songklau? Ja, hat er natürlich gegeben, aber mir hat das nichts gesagt. Kann ich nicht wiedergeben. Nicht irgendwas Leichtes, was Leichtes? Naja, für eine gestandene Mengentheoretikerin, was extrem super banal ist, Alter, was fällt dem ein, so ein alteres Beispiel in den Foliensatz, der geticht ist, zu bringen. Aber für mich nicht. Aber schaust dir an, das ist bestimmt nicht so kompliziert, wenn du dann sagst, okay, ich habe auch Zeit auf die Piede zu gehen, um die Begriffe nachzuschlagen, für die ganzen Kardinalzahlen, die noch verwendet werden, dann ist das bestimmt sehr, sehr plastisch. Okay, lasst uns sehen, was Cohn ca. in den 1970ern gemacht hat. Cohn, ähm, er hat ein Modell wieder angegeben, im Cohns Modell von ZFC gilt, so, jetzt muss ich es richtig machen, gilt nicht CH. Aber im Cohns Modell von ZFC, ähm, da gibt es eine Zwischenstufe. Und was ich euch jetzt gerne einfach noch erklären wollen würde als letztes, wäre, wie man auf dieses Modell kommt. So, wie ich das jetzt gleich erklären werde, ist es nicht so, wie Cohn das ursprünglich aufgeschrieben hatte. Damals gab es zwar schon Topoi, aber die waren noch nicht so prominent und insbesondere, also Cohn hat sie nicht genutzt. Aber dann hat man recht bald eben gemerkt, dass man das Topos theoretisch interpretieren kann und dass man dann so ein bisschen eine neue Sicht auf die Dinge bekommt. Eine, die ich persönlich als schön einfach erachte, aber wo man sich natürlich überstreiten kann. Gut. So, wie können wir so ein Modell bauen? Die Idee ist, wir machen uns erst klar, was wir wollen. Wir wollen eine Zwischenstufe haben. Okay, und die Probe D ist einfach die. So, nimm den klassifizierenden Topos der Theorie der, Nimm den klassifizierenden Topos der Theorie der Injektionen von P von R nach R. Es gibt keine Injektionen von P von R nach R. Das heißt, es ist ein Topos ohne Punkte. Aber man kann trotzdem diese Theorie hinschreiben. Also, das geht so ähnlich wie vorhin mit diesem phi xy für die Theorie der Körperisos. Nun muss man sich halt jetzt ein bisschen anders überlegen, was die, ja, was die Axiome sind und die achemaren Propositionen, um sowas zu verkörpern. Ich mach dazu gleich noch ein anderes Beispiel, was technisch ein bisschen leichter ist, wo wir besser überprüfen können, was passiert. Was das Ergebnis ist? Das Ergebnis ist irgendein komischer Topos. Komisch deswegen, weil der keine Punkte hat, obwohl er nicht trivial ist. Und komisch deswegen aus Sicht von der Mengentheoretikerin, weil in der internen Sprache von diesem Topos konstruktive Logik gilt, nicht klassische. Schränke dich dann auf den kleinsten dichten Untertopos ein. Der ist jetzt schön, denn das ist näher an dem Modell von Mengenlehre, weil in diesem Topos gilt zumindest klassische Logik. Okay, und rechne nach, dass die Zwischenstufe zwischen n und r, die schon in e existierte, weiterhin, also auch in e nicht nicht, weiterhin eine echte Zwischenstufe ist. Mit echt meine ich, dass sie weiterhin nicht im Bejektionsschnitt zu n und nicht im Bejektionsschnitt zu r. Dieser Schritt, dass das immer noch eine echte Zwischenstufe ist, der ist nicht ganz so leicht. Der braucht dann schon eine Seite Argumentation. Und wo kann jetzt diese Zwischenstufe her? Die kam, ja, das erkläre ich gleich nochmal besser, einfach nochmal ein anderes Beispiel. Die kam daher, dass wir hier genau diesen klassifizierten Topos verwendet haben, in dem ein universelles Modell von dieser Theorie lebt. Und das ist dann eben genau so, wie nach dort grob. Aber ich erkläre das gleich nicht. Diesen einen Teil, den kann ich gleich nochmal besser erklären. So, jetzt haben wir also einen Bullschen Topos, in dem es so eine echte Zwischenstufe gibt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist daraus irgendwie ein Modell von Mengenlehre basteln. Wir wollten ja eigentlich kein Topos, ein Modell von Mengenlehre. Ich nehme an, das ist schon so ein bisschen plausibel, dass das geht, ja. Weil ein Topos hat ja eine interne Sprache und aus deren Sicht sind die Objekte des Topos Mengen. Oder Typen, wenn wir ein bisschen genau sind. Aber, ja, irgendwie nicht zu weit entfernt von echten Mengen. Gut, und dann muss man halt so eine mengentheoretische Konstruktion verwenden, um aus dem Topos ein echtes Modell von Mengenlehre zu machen. Aber das geht und dann hat man das gesuchte Modell. Alle Details könnt ihr sehr schön nachlesen in einem wunderbaren Buch von Muhrgleich und Mengenlehre, das heißt Chiefs in Geography and Logic. Alle Details, das ist ein kleines bisschen geschummelt, den allerletzten Teil, der ist nicht in dem Buch angegeben, aber da könnt ihr den Paper zu Rate ziehen und dann habt ihr das auch drauf. Und den oberen Teil hier, der wird dort ein bisschen anders umgegeben. Die machen das nicht mit der klassischen Topos, sondern die gehen direkt den Topos an, in dem das passiert. Aber ich finde, es ist ein bisschen konzeptioneller, so drüber zu denken. Okay, und das ist halt eigentlich ein recht schicker Beweis, weil der illustriert so, was man mit Topos noch wirklich machen kann. Nämlich nicht nur ein für alle Zeit in einem Topos bleiben und den erkunden, sondern den gerne verlassen und verändern und modifizieren. Hier haben wir gestartet mit dem Topos beim Mengen, haben gesehen, aha, da gibt es nicht so eine Injektion, na gut, dann lasst den Topos dieser Injektion, oder der Topos von so einer Injektion bauen. Aha, schade, da gibt nicht Lämmen drin, na gut, dann lasst den kleinen unter Topos absteigen. Ah, schade, ist kein Modell von Mengenlehren, na gut, lass den Modell von Mengenlehren was machen. Und das ist halt schön, dass man das mit Topos machen kann. Das ist dann so ein bisschen, genauso der Schritt wie von der Schule hin zur Ringtheorie. In der Schule hat man auch einen Ring untersucht, nämlich Z. Und den ganz, ganz ausführlich. Und später in der Ringtheorie merkt man, es gibt tausende Dinge, und man kann schönzustehen wechseln, man kann nur produzieren, man kann Z bewegen und so. Und das geht halt in der Topos-Theorie auch. Man muss nicht unbedingt in einem Topos bleiben, sondern man kann schön den Topos wechseln, und dann eben schauen, was dann so passiert. Lasst mich diese erste Sache hier noch genauer angeben, und damit dann vielleicht auch schließen mit einem offenen und ungelösten Problem, wo viele Leute sehr happy wären, wenn das gelöst wäre. Und dann, dann kommt alles. Also wie, deine Frage war, wie funktioniert das? Darum gibt es jetzt in diesem klassischen Topos, warum gibt es da plötzlich eine Injunktion? Ich will das an einem einfachen Beispiel, oder ein bisschen herausgelöst, Beispiel, genauer. Also ein Teilaspekt genauer. Sein x- und y-Mengen. Dann gibt es die Theorie T der, machen wir es mal mit Sö-Equitionen, das ist recht egal, der Sö-Equitionen von x nach y. Wie sieht die Theorie aus? Atomale Propositionen sind wieder so phi xy, wie vorhin auch. Und die Vorstellung soll wieder sein, phi xy soll ausdrücken, dass diese hypothetische Dissertion, die es vielleicht gar nicht gibt, dass die x auf y schickt. Gut. Was sind die Aktionen? Lasst das ruhig jetzt ein bisschen ausführlich machen, damit ihr auch alles nachrichten könnt, was hier passiert, falls ihr das wollt. Wir brauchen ein Axiom, was ausdrückt, dass phi total ist. Wir brauchen ein weiteres Axiom, was ausdrückt, dass die Funktionswerte eindeutig sind. Und wir brauchen ein Axiom, was diese Aktivität ausdrückt. So, das war's schon. Modelle von t in z stehen in kanonischer Eins-zu-Equitionen, kanonischer Eins-zu-Equitionen zu Sö-Equitionen von x nach y. Eventuell gibt es keine Sö-Equitionen von x nach y. z.B. wenn x die natürlichen Zahlen sind und y die reellen Zahlen. Und wenn man klassische Logik handelt, dann kann man beweisen, dass es keine Sö-Equitionen von n nach r wird. Das heißt, diese Theorie hätte keine Modelle in z. z.B. aber in vielen Fällen ist sie trotzdem nicht trivial. Ich glaube, dass der einzige Fall, wo diese Theorie trivial ist, d.h. wo sie zeigt, dass top-bottom bedingt, der ist, dass x gewohnt ist und y leer ist. Ich glaube, das ist der einzige Fall, wo dann top-bottom bedingt, laut der Theorie. Und ich weiß zumindest, dass in diesem Fall die Theorie inkonsistent ist, also die triviale Theorie ist, wegen dem Axiom hier. Stell dir mal vor, groß-x ist bewohnt und y ist leer. Dann sei x null aus groß-x. Dann haben wir hier eine Axiom dran stehen, nämlich das top-bottom bedingt. Die Dissolution über alle klein-y aus groß-y und so. Aber es gibt ja dann gar keine klein-y aus groß-y. D.h. dann haben wir das Axiom, dass top-bottom bedingt. Das ist die Theorie auf jeden Fall inkonsistent. Ich glaube aber, in all den anderen Fällen ist sie konsistent. Das bedeutet, der entstehende Top-Positiva ist auch nicht der triviale Top-Bottom. Warte, das leere oder ist rotten. Ja, das leere oder ist rotten. Anders kommt jetzt genauso, dass x leer ist und y leer ist. Ah ja, weil es nämlich Syriktivität wegen dem Dritten Axiom. Ja, sehr gut. Okay, gut. D.h. Nummer 1, meine Vermutung war falsch. Und Nummer 2, wir haben eine neue Vermutung, nämlich, wenn x und x und x beide bewohnt sind, dann ist die Theorie vermutlich konsistent. Oder beide leer. Oder beide leer, ja, ja, genau. Richtig. Dann geht's auch. Ja. Und dann Übungsaufgabe, also erstens findet ihr die wahre Vermutung, zweitens beweiset die wahre Vermutung, drittens formuliert die Vermutung nochmal so, um dass sie auch konstruktiv beweisbar ist, viertens führe den konstruktiven Beweis. Gut. Und das ist wirklich eine schöne Übungsaufgabe. Also ich hatte mal angefangen und hatte sehr viel Spaß dabei und dann musste ich ihm dann aufhören. Aber das ist wirklich schön gemacht, Spaß darüber nachzudenken. Äh, so. In vielen Fällen ist t nicht inkonsistent. Der meist zitierte Fall wäre, wenn x n ist und y r. Ähm, gut. So dass auch der Gabentoppos drüber nicht trivial ist. So dass auch dieser Topos nicht trivial ist. Und ein Topos heißt genau dann trivial, wenn er in seiner internen Sparerbottel geht. Und bis auf die Fällen gibt es nur einen Trivialen Topos, nämlich der, der auch nur ein einziges Objekt enthält. Und das ist dann gleichstätig, das Innerezelobjekt, das Termlauobjekt, der Unterobjekt, das Bezieherbau und alles. Im Trivial Topos gilt dann jede Aussage überhaupt, auch die Negationen von allen Aussagen. So dass auch das dann nicht trivial ist. Obwohl dieser Topos möglicherweise keine Punkte hat. Denn Punkte von dem Topos wären ja Modelle von der Theorie in Z. Also echte Selektionen von x und y. Und die gibt es eventuell nicht. Gut. In jedem Fall, und das beantwortet jetzt Daniels Frage. Und wir können dies in den Exemplar geben. In jedem Fall gibt es in den Gaben Topos einen Monomorphismus, nein, einen Epimorphismus, das ist von der Selektion gerade gemacht worden. Einen Epimorphismus von der konstanten Gabe x in die konstante Gabe y. und das ist so lange. Interen kann der Beplug angegeben werden. Interen kann der Beplug angegeben werden. Also wir nehmen irgendeinen x aus der Gabe x unterstrichen. Aus interner Sicht ist das nur eine Menge. Und jetzt schicke ich das kleine x auf das eindeutige y unterstrichen, von der Gabe y unterstrichen, mit der Eigenschaft, dass folgendes gilt. Kurze Erinnerung an die Dimension, also dieses x unterstrichen als die konstante Gabe. Für den Fall, dass das hier ein Topos von Gaben über den topologischen Raum wäre, wäre das die Gabe der lokalkonstanten, groß x-wertigen Funktionen. Und wenn ich ein Element aus Groß y nehme, nämlich klein y, und das unterstreiche, dann meine ich damit, und welches Element von der Gabe der lokalkonstanten y-wertigen Funktionen? Das ist die konstante Funktion, die überall in der y. Okay, mit welcher Eigenschaft? Na ja, wir wissen, dass dieses beliebige Element x, was wir uns aus interner Sicht gönnen, dass das gleich einem dieser Werte hier ist. Das hatten wir mal festgehalten bei einem ganz kurzen Abschnitt zu konstanten Gaben und deren interner Eigenschaften. Also aus interner Sicht gibt es immer ein Element aus Groß x, sodass das x gleich daherkommt. Das drückt extern aus, dass jede Lokalkonstantinfektion lokal konstant ist. So, und diese Dysfunktion, die wird nur auf ein einzelnes x0 zutreffen. Okay, und jetzt soll ich noch Folgendes geben, nämlich phi x0 y. Und was meine ich jetzt mit phi x0 y? Ich mache hier noch Interpretationsklammern drumherum und schreibe dann einen Index dazu, nämlich u, für das generische Modell. Wir haben rechts diese Theorie der Dysfunktionen gesehen. Jetzt haben wir den klassischen Toppers drüber betrachtet. Im klassischen Toppers gibt es ein generisches Modell von dieser Theorie. Also werden all die atomaren Propositionen interpretiert zu irgendwelchen Wahrheitswerten. Und diesen Wahrheitswert nehme ich halt hier. Okay, und so habe ich jetzt aus interner Sicht eine Abbildung beschrieben. Und zwar dadurch, indem ich gesagt habe, wohin jedes x geschickt werden soll. Unter Verwendung von diesem Jungdor nimm das Eindeutige, was die Eigenschaft hat. Ich verwende hier das Axiom der Eindeutigen Auswahl. Und das ist eine Theorie in jedem Toppers. Das ist eine Ausdachstum, kann ich verwenden. Wir müssen aber Multikäte nachweisen. Also dass es wirklich immer genau ein y hier gibt, was das erfüllt. Aber das geht halt gerade aufgrund der ersten beiden Sachen. Und später will ich von dieser entstehenden Abbildung dann zeigen, dass sie aus interner Sicht selektiv ist. Dazu brauche ich genau das noch. Das letzte Aktion. Also so kann ich dann immer so ein Ep konstruieren. Zwischen den Konstanten. Genauso hätte ich die Theorie modifizieren können, sodass sie Monos, also injektive Abbildung, beschreibt. Dann hätte ich hier jetzt eine Injektion bekommen. Und so weiter. Also immer wenn ich irgendwie eine tolle Abbildung haben will, dann kann ich einfach die Theorie hinschreiben, die diese Abbildung ausmacht, eben z.B. selektiv zu sein, betrachtet und klassisch für den Topos. Und darin habe ich es dann. Für die konstanten Gaben. Und das eben hat auch Cohen gemacht in der Neuinterpretation seines Beweises. Nur, dass man danach eben noch Parkinstruktionen machen muss, nur weil man dazu bleibt wirklich nur noch drauf zu begehen und so weiter und so fort. Ich möchte vielleicht enden mit diesem angetierten, offenen Problem, wo ich sehr hätte hier etwas gelöst. Und zwar, man untersucht doch seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, untersucht man doch Abzilberkarte überhaupt Silberkarte. Das hat doch Kantor gemacht, ja. Und eines der ersten Resultate, die man dort lernt, ist, dass die reellen Zahlen überhaupt Silber sind. Frage, offene Frage, lässt sich auch konstruktiv zeigen, dass die reellen Zahlen überhaupt Silber sind. Ihr könnt jetzt sagen, im Moment, das ist doch einfach Kantor. Und wir haben doch gesehen, dass Kantor aus dem Analargument eben konstruktiv beweisbar ist. Und das stimmt auch. Und damit seht ihr, dass man konstruktiv zeigen kann, dass es keine Subjektion von n in die Potenzmengen von n geben kann. Und klassisch gibt es eine Bijektion zwischen der Potenzmengen von n und r. Aber die gibt es konstruktiv nicht. Im Wesentlichen deswegen nicht, weil man nicht jede Zahl in Binerzyfern entwickeln kann. So, daher ist euer hypothetisches Argument dafür, warum die n-zahlen nicht abziehbar sind, warum es keine Subjektion von n nach r gibt. Das ist schon mal zusammengebrochen, ja. Kann also jetzt immer noch beweisbar oder unbeweisbar sein. Oder die Negation kann nicht beweisbar sein. So, und jetzt sagt ihr nach diesem Vorgeklänkel, sagt ihr vielleicht, Moment mal, ich kann doch ganz schnell den Topos angeben, wo es eine Subjektion von n nach r gibt. Im klassifizierenden Topos der Theorie der Subjektionen von n nach r gibt es einen Epi, also aus interner Sicht eine Subjektion von der Konstantengabe n in die Konstantengabe r. Das ist nur eine Wiederholung von dem, was an der linken Tafel steht. Und dann könntet ihr denken, ja prima, dann bin ich doch fertig. Dann habe ich doch jetzt ein Modell, ein Topos angegeben, in dem es eben schon eine Subjektion von n nach r gibt. Nämlich diese hier aus interner Sicht. So, aber das ist ein kleines bisschen zu schnell befolgert. Es kann sein, dass ihr recht habt, das weiß aber momentan niemand, soweit ich es wiederum weiß. Und zwar kommen hier ja irgendwelche zwei Gaben vor. Die Konstantengabe n und die Konstantengabe r. Um die geht es aber eigentlich bei der Frage gar nicht. Es geht um die echten natürlichen Zahlen aus interner Sicht und die echten reellen Zahlen aus interner Sicht. Wobei, von denen gibt es mehrere Kandidaten, ne? Koshi oder Didikin. So, und das steht da jedenfalls gerade nicht dran. Man muss sich also noch ein bisschen mehr Gedanken machen über diese Gaben. Gute Nachricht hier vorne. Das haben wir auch mal festgehalten. Die Konstantengabe n, die ist genau so ein MNO, ein Objekt natürlicher Zahlen aus interner Sicht. Also diese Garbe ist dieselbe, wie wenn ich einfach in dem Gabentopos anfange, die natürlichen Zahlen zu konstruieren. Dann kommt die Konstantengabe n raus. Super. So, aber von dem da ist halt nicht möglich, vermutlich falsch, dass diese Garbe die ist, die man bekommt, wenn man intern versucht, die Toshideellen Zahlen zu konstruieren. Und es ist auch nicht klar, ob es dasselbe wäre, wie wenn man intern anfängt, die Didikinzahlen zu konstruieren. Das heißt, ja, in diesem Topos gibt es so eine Südiktion von n in irgendeinem MNO, die irgendwas mit Garbenzahlen schon zu tun hat. Aber es ist nicht klar, dass es die Toshideellen Zahlen sind. Es ist auch nicht klar, dass es die Didikinzahlen sind. Also das ist einfach noch, also es ist sowohl offen, ob es eines von den beiden ist, und es ist auch offen die Frage, ob es so eine Südiktion gibt. Das ist alles offen. Wir hatten in manchen Situationen festgehalten, wie diese oder diese Garbe aussieht. Zum Beispiel das da war dann immer die Gabe der stetigen reellwertigen Funktionen. Und das da war manchmal die Gabe der lokal konstanten reellwertigen Funktionen. Aber da ging manchmal ein, nämlich da musste der Topos lokal zusammenhängt sein. Und ich vermute recht stark, dass dieser Topos nicht lokal zusammenhängt ist, sodass man einfach nicht weiß, was hier rauskommt. Ist es da geworden, wie man künstlich Südiktionen oder Injektionen schaffen kann? Du hattest vorhin noch etwas gefragt zum Körper mit einem Element. Dazu gibt es noch Folgendes zu sagen. Und zwar, was Algebraikerinnen nicht den ganzen Tag machen, ist irgendwelche Ring-Elemente addieren. Das heißt, den Körper mit einem Element, diesen Mysterienkörper, der wäre gar nicht so sehr interessant vom Standpunkt aus, wie ich darin Elemente addieren kann, sondern was die Algebraikerinnen mit ihm anschauen wollen, ist Geometrie betreiben. Insbesondere itale Geometrie betreiben. Das heißt, was die eigentlich nur brauchen, ist den italien Topos vom Spektrum von F1. Nicht F1 selbst. Wenn ich statt F1 hier einen richtigen Ring hinschreiben würde, einen, den es gibt, dann wäre das Objekt, das jetzt entsteht, eine wohl definierte Bedeutung der Algebraik-Metrie und wäre ganz wichtig für die Algebraik-Metrie. F1 gibt es aber momentan nur als Phantom. Und was zwei Leute gemacht haben, und diesmal habe ich mir die Namen aufgeschrieben, nämlich Alarcon, der berühmte Zahltheoretiker, und Consali, eine Kollegin von Wien, die haben einigen Kandidaten angegeben, nicht für F1, auch nicht für das Spektrum F1, aber für den sogenannten italien Topos von Spektrum F1. Kandidaten wie wir das. Nämlich den Topos der Garten über den sogenannten arithmetischen Situs. Da haben wir diese Situs nur mit Aligmetik, nur mit Zahltheorie definiert, hat dann halt eben eine Typologie drauf, und dann kann man den Topos der Garten durchfachten. Und das ist ein guter Kandidat für was dieser Topos sein sollte, wenn es F1 wirklich gäbe. Nicht der einzige Kandidat ist, es gibt noch mehrere, aber ein sehr interessanter Kandidat. Das wäre also auch ein Punkt, wo ihr jetzt weitermachen könntet, wenn ihr wolltet. Ihr habt all die Theorie zur Verfügung, könntet direkt einsteigen in das Paper von den beiden, um diesen Topos zu prüfen. Gut, würde ich vorstellen, wir haben auch. Ich danke sehr für eure Geduld beim Verziehen. Danke sehr. Habt ihr noch übliche Fragen? Nach nur zwei Stunden? Zwei Stunden? Zwei Stunden. Ich mache eine Frage weit weg von dem, was wir jetzt hatten. Ja. Und zwar die Anwendungen sind ja meistens in Rheinland. Ja, richtig. Gibt es auch irgendwas, was mit Topos gemacht wurde, was in Richtung Optimierung oder nummerisch? Ja, exzellente Frage. Also wenn du wirklich Topos sagst, dann ist mir persönlich keine Anwendung bekannt. Das heißt, man sollte dringend mal eine Anwendung besuchen, weil das cool wäre. Wenn du es ein bisschen ausweitest, dann schon. Proof Mining, wenn du das noch dazu zählst, da gibt es Anwendungen in der konvexen Optimierung oder sowas. Ich denke, das ist hinreichend angewandt. Also irgendwas von diesem Typen beim IGS gehört, der mit uns in der gleichen Unterkunft war? Ne, nicht mehr direkt. Okay. Ne. Ja. Der wollte Anwendungen von Topos in Z-Stern-Algebren. Ne? Ja, nur mehrere Z-Stern-Algebren. Ja, genau. Mit Hilfe von Z-Stern-Algebren. Stimmt. Verlässern wir ihn mal fragen, ob er es auch gefunden hat. Ja. Ja. Topos wurden bisher halt nur untersucht von reinen Mathematikern. Deswegen ist recht klar, dass die Anwendungen in der reinen Mathematik liegen. Es wäre super spannend nach anderem da in der Anwendung Mathematik zu gehen. Kann sein, dass es keine gibt, ne? Das ist eine legitime Möglichkeit. Ja. 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 Die Maschinen müssen entscheiden aufgrund von Sensordaten, was sie tun sollen. Ja. 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 Es gibt jemand anderen, der untersucht nicht Anwendung von Topoi in der echten Welt, sondern Anwendung von Kategorien in der echten Welt. Also auch ein bisschen abgeschwächt, aber auch in die selbe Richtung. Ja. Und das ist da als lieber. Und der hat wirklich paar interessante Anwendungen. auch in so Sachen wie Datenbanken im informatischen Sinne. MySQL-Datenbanken. Ähm. Und ähm. So. Diagramme von Schaltungen. Elektrische Schaltungen. Da hat er Anwendung von Kategorien-Theorie. Ich kenne die jetzt leider nicht. Ich muss sein Buch noch durchlesen. Ist ganz gut auf meiner To-Do-Liste. Ähm. Aber könnt ihr machen. Ist auf dem Archive. Ist gut. Ist super gut lesbar. Hat tausende von Abbildungen drin. Sehr schön getecht. Das könnten wir. Also ähm. Ja. Macht das doch einfach als Master-Thema oder Doktor-Thema. Das ist eine Anwendung in der Numerik. Ja. Master-Thema habe ich jetzt schon. In der Spieltheorie. Alles klar. Dann brech das doch mal ab. Und. Ähm. Ähm. Lukas Graf hatte auch eine Anwendung von Kategorien-Theorie in der Spieltheorie untersucht. Ähm. Es gibt so Kategorien von Spielen und dazwischen gibt es Funktoren. Und damit kann man dann irgendwas besser strukturieren. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm. Er hat einen exzellenten Vorteil. Dazu geil. Kann man sich nochmal fragen. Mhm. Ich hatte immer so den Eindruck. Ähm. In dem Bereich. Es ist verdammt schwierig. Irgendwie schon mal eine Kategorie von irgendwas zu finden. Ja. Es ist ja nicht so oft so wie jetzt hier. Genau. Richtig. Ja. 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 Das stimmt. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel sagen, dass für Hardcore-Analysis, dass das schon Funktional-Analysis zu abstrakt ist, als dass es Anwendung haben könnte. Also mit Hardcore-Analysis dann gemeint, wenn du wirklich Abschätzungen den ganzen Tag machst, und dann helfen dir halt so Aussagen wie, oh schön, jede beschränkte Folge hat eine schwachkonvergente Teilfolge, die man im Funktional-Analysis lernt. Die helfen dir dann halt nicht. Ähm. Und wenn halt schon Funktional-Analysis keine Anwendung in Hardcore-Analysis hat, dann habe ich halt die Jurien-Theorie oder Top-C, die ja alle noch abstrakter sind, erst recht keine Anwendung. Könnte man denken. Auch das stimmt nicht. Aber vielleicht ist es dann falsch. Ja. Ja. Ja.